hey schönen guten abend hi wir spielen heute rimworld dafür ist ein addon erschienen und ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so groß was das so für für inhalte hat deswegen gucke ich mir die nummer eben schnell an ich weiß dass was mit kindern zu tun hat und irgendwie du kannst jetzt andere menschen machen oder so wo ist es denn da rimworld biotech haben wir dabei über dieses produkt gründe eine familie da sehe ich uns heute greife auf natürliche oder künstliche methoden zurück um kinder zu bekommen und eine familie zu gründen lass deine kolonisten kinder gebären oder setzte leihmütter ein nimm eine gruppe von waisenkindern auf oder reife embryos in maschinen heran ja moin betreue deine babys pass auf deine kinder muss pass auf deine kinder auf ist das macht man doch eh oder ermögliche deinen kindern eine erfüllte und glückliche kinder das wird bestimmt so funktionieren ansonsten gibt es noch genetische modifizierung erschaffe deine eigenen genetisch veränderten kolonisten besser bekannt als xeno menschen oh mein gott lerne neue fremdartige fraktion kennen werde zu einem unsterblichen bluttrinker sangu fagen leben unbemerkt unter den menschen verbergen ihre übermenschlichen kräfte und versuchen ihre genetisch bedingtes verlangen nach blut zu stellen auch cool vom kieren oder dabei ja guck mal ist alles drin ist zwar nur ewig her dass ich wohl gespielt habe das heißt ich muss da irgendwie wieder völlig reinkommen aber der familien chat dafür seid ihr da mal gucken was wir heute so machen ich habe auch den das andere dlc hier mit glaube und so haben wir auch oder addon oder wie auch immer man da sagt ja ist sehr entspannt je nachdem wie gut das heute funktioniert also auch so mit der kolonie und wenn die nicht alle verbrennen und alle sterben können wir das am freitag auch gerne weiter spielen denn freitag ist 20 stunden stream ich werde um 6 uhr beginnen werde bis 10 uhr machen danach kommt sebastian dann bram dann peter und abschließend stream jonathan der hat sich schon festgelegt wenn ich das richtig sehe unter anderem aufs resident evil dlc und falls noch zeit ist slime rancher 2 wahrscheinlich ach so horrorspiele ja hätte ich gerne also wir wissen alle am 18 november kommt der dark pictures teil raus der nächste da erscheint allerdings leider auch pokémon und pokémon ist der größten franchise überhaupt das wird von j übernommen werden also werden wir nicht am release tag spielen und auch nicht am tag danach denn da sind wir card event aber ja so sagen deswegen werde ich da wahrscheinlich eher so montags anpeilen den 21 aber auch geplant anfang november beziehungsweise er so neunter zehnter zeitlich müssen wir mal gucken spielen natürlich god of war mit peter also geht wieder ein bisschen gut los aber heute starten wir kannst du den chroma key noch bitte ausmachen ja stimmt dankeschön auch an daniel pein kurama für den zweiten resub guardian korps 31 monate infinity resum danke für sechs mache ich natürlich raus so was für ein card event wir hatten letztes mal letztes jahr vielleicht könnt ihr euch daran erinnern sind wir auf einer card bahn gewesen und haben mit diversen anderen leuten und streamern ein event abgehalten ein rennen event und die haben teams gehabt und sind so card gegeneinander gefahren und peter und ich haben das moderiert und das machen wir dich ja noch mal noch schon wieder neu oder weil sie noch nicht also weiß ich schon aber ich weiß nicht ob das auch schon so alles mit in die infos gehört diese gedroppt werden irgendwie das soll aber glaube ich diese woche beworben werden von da ist das jetzt nicht hier irgendwie großartig leaks miet oder so geht eh bald los drogelbecher auch schon 242 monate dankeschön aber eben noch schnell mein fenster zu und dann würde ich sagen starten wir einfach also wir haben ja genug zeit wenn wir das in chili mini spiel hoffe ich ich werde über kurze anmerkung über mein spielstil die option zum speichern und laden hier ist nicht umsonst da also sie ist nicht einfach nur dazu da finde ich um morgen weiterzumachen sondern sollte irgendwer auf irgendeine grausame art und weise irgendwie drauf gehen und das schmeckt mir gar nicht dann wird mir neu laden okay das gut ja dankeschön wieso ist das so laut die musik habe ich nicht so laut gemacht 36 prozent was er auf 100 familie ohren ab mal er so ist nicht wirklich leiser geworfen ja so ist okay also ich bin lauter als die musik wieso höre ich mich denn jetzt nicht mehr hallo hallo doch ich höre mich hättest du dich mal lust hand showdown auszuhören ja hätte ich aber das würde ich gerne wie mit jemand anderem hieß mit mods nee nee ich glaube ich habe keine ich habe nur core ideology das sind die beiden dlcs harmony hatte ich mal warum sie nicht interaction bubbles oh da hatte man dann gelesen so jo der hat gerade das und das gemacht da muss man das nicht mehr in diesem menü nachlesen ich wäre so haben wir überhaupt 1.4 punkt 3 wie geht's dir dankeschön mir geht's sehr gut ich war heute sehr produktiv muss ich sagen also tut gut läuft ja bloß diesen eigentlich ganz gut ich spiele eine amazone ich habe jetzt nicht so schlecht ist die quip mir fehlen allerdings gerade so defensive sachen unbedingt noch also so einen raven frost ring damit man nicht eingefroren wird oder absolutes non plus ultra wäre natürlich als kopf dieses griffins ding aber macht spaß also ich kann zumindest in hölle farben chat einbindung hatte sepp das letzte mal noch das war ganz witzig wie mache ich das denn also vor allen dingen wo tue ich das hin wenn hätte ich zwei knicks ist ja aber nichts zu tauschen ich glaube meine höchste rune ist aktuell mal glaube normal rune ja wie mache ich den chat hier rein da müssen wir ein bisschen er ist ja nicht unmöglich da müssen wir nur ein bisschen hin und her kopieren machen wir mal hier kopieren machen wir mal da einfügen als duplikat aber wo macht man das denn hin das ist ja riesig und ich würde der ganze text nicht angezeigt werden also ich werde das noch verschieben lassen wir erstmal da extra mod aber wieso brauche ich denn eine mod steht doch da unten das ist so eine mod für den twitch chat ja bringt die denn noch was anderes außer man sieht den chat weil sonst kann ich da doch einfach so machen oder also ich kann jetzt auch größer und kleiner machen wie lustig bin so kann hat keiner lesen aber ist da namen und sprechblasen in game ja okay war die charaktere reden was leute im chat schreiben ok wir haben ja warte mal dann gucken wir mal eben schnell meinte spiele aus club Da klingt ja schon mal gar nicht schlecht, also warum nicht? Workshop, da reicht ja eigentlich, wenn wir da Twitch suchen, oder? Twitch-Toolkit, Twitch-Chat. Connect the game to the Twitch-Chat and get names for animals and raiders. Any pawn with a name from the Twitch-Chat will show speech bubbles below the character with that person's chat message. Klingt doch eigentlich so, ne? Wie viel Erfahrung ich mit Dreamworld habe? Ach, ich habe das mal sehr viel gespielt und jetzt jahrelang gar nicht. Ich glaube insgesamt habe ich, weiß nicht, 82 Stunden. Aber es gibt auch noch, da muss ich mal eben nachgucken, was das alles für Funktionen ist. Es gibt noch das Twitch-Toolkit. Rate Points Viewer Queue by Colonists Customize. Vote on Stuff. Aha. Allows viewers to vote on what happens and rewards them for watching, with coins that are spent on items and events in-game. Everything is optional, the voting can be played without the store and is actually quite recommended. Do not be afraid to leave some features out of use. Discord? What? Nee, da brauchen wir nicht. Das gibt es noch nicht für 1.4. Hm. Danke. Jo, stimmt. Das ist für 1.3. Gut, dass du sagst. Twitch-Chat. Twitch-Chat ist für 1.4. Komm dann immer mit. Danke. Okay. Das ist Rocket Biker, danke schön. 31 Monate auch schon. Flo 15 Monate. Alibaba hat 3. Echt Alibaba? Das Unternehmen? Krass. Dankeschön. Danke. Maxi. Tromboni. Der Bosse auch 22 Monate. Das ist alles schon ganz schön lang. Hallo da. Hallo Anton. Ja, können wir starten. Hallo. Guck mal, ob ich da eine Abhängigkeit verbrauche. Habe ich jetzt ein Überfliegen, aber nicht gesehen. Twitch-Chat. Abhängig von Harmony. Echt jetzt? Aktivieren wir mal Harmony. Was hat er da zu meckern? Diese Mod muss von folgenden Mods, muss vor folgenden Mods geladen werden. Kann ich das hochschieben? Ah ja, Tatsache. Twitch-Chat. Bring Twitch-Chat to RimWorld Animal. Try this token generator for IRC setup. Wat? Alles braucht Harmony. Okay, deswegen hatte ich damals Harmony. Okay. Muss ja gleich nur mal gucken, wie das funktioniert. Also am liebsten würde ich jetzt einfach mal in irgendein Game rein gehen. Vielleicht gehen meine... Giebe ich einen Safe Games noch. Das ist über ein Jahr her. Geht das noch? Hinzugefügte Mods, geteilte Mods. Trotzdem laden. Ja. Mach mal. Einfach nur um zu gucken, ob das funktioniert und ob man das einstellen kann. Alter, was habe ich denn da gemacht? Ach jo. Hieran kann ich mich auch wieder erinnern. Stimmt. Und... So. Wo finde ich den Kram jetzt? Mod-Option Twitch-Chat. Oh. Never show this on stream. Das wäre schön, Leute. Das ist aber immer gut, weil du machst zum ersten Mal so einen Mod auf. Aber es stand ja da nicht. Use Twitch-Token-Generator.com or similar to create a Bot-Token. Okay. Dann brauche ich mal eben den Browser. Ich bin kein Robot da. Ich bin kein Roboter. your humanity at once, habe ich gemacht. okay Twitch of Token. Das muss, denke ich mal, der Access Token sein. Ich habe den jetzt eingefügt. Hallo, falls ihr gerade jetzt zuguckt, ich versuche gerade noch den Twitch Mod reinzubekommen. Danke Boris, Boris und sehr cool Gamer. LuRaiPie, oh ein Jahr, danke schön für zwölf Monate. Ich versuche gerade noch die Anbindung hinzukriegen. Twitch Usernix, soll ich da einfach eintragen oder? Wer oder wie oder wo oder was? Twitch Channel. Warte, dem weiß ich. Twitch User, Nick. Hallo. Scheint noch nicht so ganz zu gehen. Mod Optionen, Twitch Chat. Was möchtest du denn? Twitch of Token. Habe ich doch gemacht. Okay, du möchtest nicht doch... Ah. Okay. Oh und wie will das nicht? Hh shrimp. Hm. Hm. Hallo. Hallo. kann es sein dass es über den irc geht der versucht hier über den irc zu connecten ich glaube das gucke ich mir dann vielleicht für freitag mal an da frage ich dann auch jetzt gerade will das nicht so machen wir das wieder aus zack zack fertig da gucke ich für freitag morgen mal dass das funktioniert gerade geht es nicht warum kann ich dir nicht sagen so okay ihr seht noch nichts warum sie dir nichts so eingebunden ideology installiert ja habe ich natürlich soll man eine neue kolonie natürlich drei überlebende fünf verschollene ueinwohner die versuchen eine neue heimat aufzubauen schwierig 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 extrem schwierig und ich würde einfach mal eine bruchlandung nehmen mit drei leuten da können wir dann gleich mal gucken wenn er so abgestürzt ist dass du der standardstaat der krach von sirenen und berstende metall halt durch eure ohren als sie zu dritt aus eurem krypto schlaf erwacht trotz explosion und entweichende atemluft schafft ihr es gerade noch die rettungskapseln zu erreichen und euch ins all zu katapultieren vorher raumschiff auseinander bricht der mechaniker ist nice die war klar dass du nur mit fremder gröner womit fängt man hinweist dieses szenario ist etwas schwieriger da einem startcharakter einige fertigkeiten fehlen werden eine fraktion neu ankündige starte mit einem mich anitor was das denn microelektronik grundstufe mektek batterie batterie ist schon gar nicht so schlecht starte mit mechanoiden silber heimkolonisten euer stamm der ja da könnten wir fünf leute nehmen dieses szenario ist etwas schwieriger der sehr arm anfängt und noch keine technologien erforscht habt da könnten wir mit anfangen wegen fünf hast aber auch echt eine ganze ganze menge weniger staff aber hey nach den stamm dafür nehmen wir aber die friedlich nehmen natürlich nicht verlieren macht spaß also ich hab mal ich hab tatsächlich mal mit laden erlaubt du kannst das spiel jederzeit speichern und laden ja auf jeden fall ich habe es mal mit random gespielt und das war am anfang sehr chillig und dann ging es auf einmal richtig krass ab also ich würde einfach classic spielen friedlich brauche ich nicht erbauer einer gemeinschaft errichtige aber nicht ganz ohne gefahren spiele es werden bedrohungen erscheinen aber in abgeschwächter form wollen wir doch oder abenteuergeschichte das ist es gibt immer noch ein gefährlicher erfahre strategie spieler die zum ersten mal riemworld spielen erfahrene riemworld spieler die etwas spielraum brauchen um lustige oder selten sagen mit ziele zu verfolgen lustige oder seltsame ziele wenn ich jetzt nicht so schlecht weil es ihr wollt so randy randy ist randy random ja das war krank wird hier manchmal extrem schwere oder unfaire ereignisse zumuten die das mal einfach standard standard starten sieht sieht es mir egal dann die tage abdeckung egal wir können eigentlich alles auf standard lassen ob es jetzt kühle oder heiß ist kühle ist für winter gut oder essen also kühle ist schön für essen spärlich oder überfüllt verseuchung generat zieht pietzmi es ist nicht nur der kummer machen mit kleinem es so aber seid ihr sicher hat die nicht irgendwer schon mal gespielt nach egal generate is the world ich habe royalty nicht shit habe ich vergessen wo wollen wir denn hin eigentlich nicht zu warm und nicht zu kalt und sumpf ist auch irgendwie scheiße da hätten wir geschmeidige minus 9 grad nacht nachts genau im winter 20 grad tagsüber das ist eigentlich ganz in ordnung wird nicht zu heiß nicht zu kalt ich glaube da erinnert sich immer dran ja ok ist so bergig wäre da ist was denn an bergigen da ist die berge fangen es hier oben an also wenn er jetzt hier bist dann wird es halt sehr viel kälter direkt da bist bei minus 21 grad nacht im winter durchschnittstemperatur 0 grad 20 tage wachstumsperiode 30 tage wachstums das veressen schon geiler leute mehr resource berge sind überall wasser ist auch nicht unwichtig zufall macht laune ach klicken wir einfach mal ein bisschen zufälliger steinplatz was sind wir denn da 11 bis 27 grad kleine hügel tiefer und granit deren tiere können grasen ja verseuchung haben wir nicht da sind wir ein bisschen alleine oder wo ist denn überhaupt das feld ich sehe das gar nicht ja stimmt wir sind ja genau in der mitte ja da haben wir so ein paar andere stämmchen wollen wir machen dieses feld befinden sich in der nähe von verseuchten feldern wodurch etwa alle 162 tage ein säuresmog auftritt was das denn säuresmog bewirkt das pflanzen langsam erwachsen gegenstände im freien zerfallen und menschen schlechte laune bekommen zufällig hat gesagt wir starten dann habe ich noch nie gemacht warum auch nicht ideologie natürlich spielen mit ideologien freunde wir beginnen entweder mit einer einfachen und entwickeln sie dann nach und nach oder gestalte eine neue ideologie nach deinen vorstellungen kontrolliere jedes noch so kleine detail dies kann eine weile dauern wir können mal reingucken ansonsten vordefinierte ideologien das natürlich auch die emos haben den berg auf kannibalen märz führer cowboys strenge glaubens vorstellungen die spielstile unterstützen welche sich deutlich vom klassischen world unterscheiden techno utopisten was haben die denn der menschliche körper muss mit technologien verbessert werden damit wir eine bessere zukunft für uns alle schaffen können schaltet die rolle des forschungsspezialisten frei menschlicher fortschritt bedeutet mit der technologie zu verschmelzen alles spiel dann haben die immer so lange schlechte laune bis die irgendwelche prothesen oder so einen quatsch kriegen blutrünstige dominatoren die schwachen verdienen es ihr hab und gut an uns zu verlieren plündern und versklaven ist ehrenhaft schaltet die rolle des nahkampf und fernkampf spezialisten frei puristen also ich will einfach mal sagen fluide einheitliche familie sehr langweilig menschliche prüsten der menschliche spiel sich das überlegen und der menschliche körper ist heilig wir verachten körper modifikation ach quatsch körper modifikation ist nicht so schlimm rauschte kollektivisten jeder muss hart arbeiten und einen beitrag zur gemeinschaft leisten damit sie gemeinsam mit einem rauch blatt kreis feiern können ne viel züchter sehe ich uns auch nicht kalibalen finde ich ein bisschen krass dunkelmenschen das ist alles so negativ finde ich wenn jetzt zum beispiel märten unsere schuld einzugestehen ist ebenso wichtig wie dafür zu leiden schmerzen opferung werden gebilligt werden komfort und körperliche liebe beschämend sind aber ich will auch kinder machen kannibalen auch nicht so schön die kommen ja vor du hast ja trotzdem kannibalen in dem spiel maulwurfsmenschen macht lorne was das denn die sonne siehst grell wir fliehen schnell in den tunneln wir hetzen auf der suche nach schätzen in den höhen sage ich dir sind wir geschützt vor des feindes gier gewährt erhöhte bergbau effizienz über eine abneigung gegen sonnenlicht äh ja bedenke aber nackte menschenfresser alter was transzendente humanisten die menschheit steht an der spitze der evolution und muss technologien nutzen um die grenzen zu überwinden wir tun dies indem wir unsere körper mit technologien verbessern aber wir würden gerne die meinung anderer diesbezüglich hören ich finde nackte menschenfresser schon irgendwie lustig aber wir können wir können kannibalen religion nehmen was ist denn eine autoritäre bande unsere vorstellungen sind gesetz und wahrheit wir werden versuchen andere davon zu überzeugen jeder der sich unserer lehren widersetzt das ist ein abscheulicher unmensch der vernichtet werden muss also kirche im mittelalter oder also was ist denn wenn wir die selber erstellen aktionsideologien eine eigene ideologie erstellen symbolverbrennung animalistisch architeks sind die wahren götter sie kennen die moralische struktur des universums in dem wir ihnen dienen verbinden wir uns mit ihr diese ideologie ist ein ableger des alten buddhismus schaust du das folgendes gebot hat turban entspannt kopftuch entspannt ich finde archist eigentlich gar nicht so schlecht abstrakter t ist der gott beziehungsweise die götter haben keine physische form sondern sind immer und überall präsent wir wissen alles und können alles ihr wille definiert die moralische struktur des universums christlicher ursprung weihnachtsbaumfeier islamischer ursprung turban entspannt wieso ist immer turban und kopftuch entspannt da haben wir die weihnachtsbaumfeier und da gibt es nix sie mag zwar die ganzen anderen sie mag zwar ganz andere gebote haben als die die vor tausenden von jahren galten aber ihre symbole sind da geblieben ok hinduistisch verkörperter t ist im gegensatz zu uns sind sie mächtig und unsterblich sie entscheiden über die moralische struktur ja klar verkörperter t ist so auswirkung niedrig was haben wir denn hier schönes schuldig sieht doch gut aus unsere leute tragen eine uralte schuld andere sind würdiger schmerz wird idealisiert und dann sind die sich die ganze zeit am peinigen du entwickelst bei fluid die religion mit der zeit also genauso wie hier jetzt nur halt nicht direkt oder wie du kannst hier wirklich weiß nicht loyalist natur hat vorrang beziehungs zu bäumen und branches leben und bekehrer schuldig viehzüchter aber auch raider sie macht halt blödsinn eine schmerz ist eine tugend dann hast du noch kann die ballischen nudisten die mama fluid da kommen wir doch auch noch hin so da bleiben wir bei verkörperte ist immer muss ich das trotzdem auswählen der kollektivist jeder soll sich bemühen seinen beitrag zu leisten der gruppe zu helfen was geht entspannt symbol verbrennung ehenamen namen werden behalten und das klingt lustig jeder mensch ist ein freies individuum so ein quatsch suprematist unsere leute müssen alle anderen dominieren benötigt sklaverei ist akzeptabel sklaverei ist ehren nee das finde ich völliger blödsinn loyalist neben stehen zu unseren leuten vor allen anderen schuldig transhumanisten weiß nicht ob die immer so bock haben biogramm zu haben einheit des fleisches raider bekehrer brauchst du das leben wir fangen mal damit kollektivist ich glaube eine andere können wir gar nicht nehmen danach kommen wir dazu so botheiten wie machen wir das denn achso die die heißen dann einfach nur so hart arbeiten die hippie cyborgs können wir ja noch machen gottheit hinzufügen generieren gottheit bearbeiten gottes lebens nehmen wir den namen nehmen wir einfach christian ist gottes quacksalbers das ist doch okay dann haben wir noch da würde ich gerne den namen neu generieren das kann man nämlich aussprechen botrosbrin klingt scheiße carbustox klingt auch kacke bar bei bogotro okay brei da kam was am box okay am box queox und christian wir haben zwei götten der familie die deshalb quatsch gotten des chats so nämlich dankeschön eminent stir die tunder blut arktis auch 19 monate dankeschön zero conrock retox drei monate der elch 21 servanico hat gefragt was mit der nfl los danke für 41 monate inwiefern also weiß ich nicht okay kommen wir mal zu den leuten die wir hier so mitnehmen wir brauchen auf jeden fall jemanden der pflanzen kann damit wir essen anbauen können und ein bisschen bergpäden der rest und unmedizin bergbau pflanzen und medizin haben wir das weil keiner mediziner ist auch wie scheiße guck mal bei medizin der bergbau richtiger so und da ist für pflanzig ist doch super müssen wir schon gar nicht mehr ändern das schön so da fangen wir an den haben wir denn hier da ich ja schon gottes des quacksalbers bin würde ich mich da aber nicht mit reinnehmen bei den bärtchen da sehe ich eigentlich martin ich glaube die die namen werden wir nicht bearbeiten also die die nachnamen martin martin ist tier lieber pflanzen mensch genaue kenntnis über pflanzen aber das ist gut du glaubst an den laden immer bris muss was das okay du bist ein stammes kind hirte was ist denn flatterhaft martin ist ständig nervös er kann mit dem geringsten stress in sich zusammenbrechen auch nie okay cool ja ab hier ja ich brauche noch ich brauche gleich noch da ist gar keine frau bei warum denn nicht heißt das nicht die sind doch ach nee das sind ja stammesleute ich wollte gerade sagen aber die rettungskapseln wäre ja dann eigentlich frauen und kinder zuerst wer kommt nicht an frauen und kinder so hä ähm erwachsener was gibt es denn da noch erwachsener kind baby nee dann lassen wir mal als erwachsener warum ändert der den namen nicht xenotyp editor was der kannst du kannst leute machen die feuer spucken können trägt dieses gens haben drüsen im hals die einen feuerhemden in schaum erzeugen du brauchst gar keine feuerlöscher du hast einfach du hast einfach grisou den drachen tierischer schlachtruf säure hämogenisch träger dieses gens haben einen biologischen kräfte vorrat der mit einer ressource namens hämogen gefüllt werden kann die ressource kann mittels anderer gene auf verschiedene weise gewonnen und ausgegeben werden träger dieses gens verlieren zwei hämogen pro tag durch biologische entropie was okay und dann hast du auch noch also neben den spezialfähigkeiten halt hier diese homogene hast du halt blutsauger wir können einen blutsauger machen dann machen wir einen feuer oh gott also wir machen einen feuerspeier einen löscher einen blutsauger langsame wundheilung finde ich kacke warum sollte man das denn eben schnelle wundheilung blitzen ja da brauchen wir alles hornstachel todesschlaf träger dieses gens müssen sich regelmäßig in ein spezielles koma namens todesschlaf versetzen um sich zu regenerieren what der todesschlaf hält mehrere tage an kann aber erhebliche vorteile mit sich bringen welche denn wenn man den todesschlaf hinauszögern wenn man eine erschöpfung leiden benötigt aber was die jetzt die vorteile wäre ganz schön zu wissen dann hast du noch so sachen wie schneller läufer langsamer läufer sehr schnelle läufer nacktes tempo bewegen sich langsamer wenn sie bekleidet sind ja mega depressive leute pessimisten optimisten frohe natur ja auf jeden fall pass auf pass auf also martin ist ja unser pflanzen tiere freund wandert jetzt da ich würde so also ich hätte vor einer soll feuerspuck einer hat schaumspray auf jeden fall und ich würde gerne einen ein blutsorger machen der allerdings ein bisschen depressiv drauf ist oder kleine vampir in weinerlich was denn martin hat martin hornstachel haben eine öffnung im oberen brustbereich und einen köcher voller hornstacheln was du hast noch anstachel heißt eigentlich minus 1 ja ist mir egal hauptsache hornstachel sitzt ein anderes gen vor hämogenisch ach so jetzt verstehe ich da hier brauchst du zwei für da auch ok träger dieses gehens haben im biologischen kräfteverrat der mit einer ressourcen ok was gibt denn überhaupt hier plus ach so plus 6 du musst dann den todesschlaf machen um sonnen unseren absolutes übertier zu sein mit feuer spucken kann und alles aus nachteil ich würde sagen mental abgestumpft oder haben wir denn noch nacktes tempo pessimist depressiv gibt plus fünf alter der vampir wird killer ja ich würde sagen mental abgestumpft bist du auch träger dieses gen sind mental weniger sensibel als andere das stimmt nicht wirklich aber auch der hämogenisch aber wir sind doch bei plus 1 minus 1 ach du schande ach du scheiße was was abhängig von muntermacher eigentlich auch geil wenn du jemand machst der immun gegen sucht ist und sich die ganze zeit das zeug einfach rein pfeifen kann da ist auch kosmetik zeug ja ja also hier diese diese null nuller teile hier violette haut und so das hier ist alles nach menschliche ohren spitze ohren katzen ohren schlappohren schweine ohren da kräftiger kiefer auf jeden fall furchten im gesicht eine brüllende stimme wiekende stimme menschliche stimme ist das abgefahren ja schlappohren finde ich auch noch schön aber wo steht denn komplexität ist bei zwei die metabolische effizienz bei null hämogenisch wieso muss ich noch ein hämogenisches nehmen moin von der see ja schön moin moin schöne grüße zurück also wieso wenn ich minus 1 habe und plus 1 müsste ich bei null landen wieso muss ich noch ein hämogen nehmen hämogenisch ist noch mein eigenes oh Gott ist gar nicht hämogen sondern kosmetisch kosmetisch sonstiges begabungen drogen steht da nicht zweite reihe erstes gehen ist das gehen ach das gehen selber hämogenisch die ressource kann mittels anderer gene auf verschiedene weise gewonnen und ausgegeben werden träger dieses gens verlieren zwei hämogen pro tag durch biologische entropie verliert hämogen vorrat was passiert denn wenn der hämogen vorrat leer ist ach das probieren wir mal aus ok ja dann muss man nicht mental abgestumpft sein also alles gut warte mal wieso ist der denn jetzt wiesel eintopf hüpfer ich glaube wir sollten das machen bevor wir die leute benennen gibt es einen heftigen lieber vor wir solange ich überleben ist alles super ganzer körper leichte unterernährung das ist nicht schlimm gut da kommen wir bei eule eule ist bergbau sehe ich da nicht als vampir ehrlich gesagt und der hat auf also in dem moment dass du älter 50 nie wir brauchen also sollte schon jünger sein kann ihm kann ich noch kinder kriegen hat verweigert feuer werden 80 romane verweigert feuer wäre es mal scheiße dann brennt ihr wenn du pech hast die ganze hütte ab verweigert fürsorge er will kein arzt oder kinderpfleger sein er ist okay du bist kein mediziner was verweigerst du einfache arbeit ich bin wieder alles klar blutrünstig lahme ente drogen fällt immer hinter der gruppe zurück wenn er irgendwo hingeht laufgeschwindigkeit wie 0,2 okay pass auf wenn wir den jetzt bearbeiten äh peter wird unser vampir oder blutsauger aber peter ist nicht depressiv also würden wir dann nur diesen charakter zu ordnen das machen wir eh nur so ähm hunger rate mal 60 prozent oh gott fragil robust mehr schmerzen weniger schmerzen hohe liebe das klappt ja das weiß ich nicht dass aktivität mit einer tüte über dem kopf alter nee der ist natürlich hübsch papiere müssen auch müssen auch hübsch sein schön dann gehen wir dem graue augen kurze haare extrem hübsch warte warte schweineohren das ist hier nicht auf leute bezogen das ist alles fiktives werk sandblonde haare nee orangenhaare peter hat gesagt der ist ginger also bub äh kalkweiße haut auf jeden fall starker magen was ist denn robuste verbraucht träger dieses gens haben einen mehrfach gefalteten magen mit dem sie rohe nahrung effizienter achso nö kurzsichtig dunkel what diese genetische erkrankung beeinträchtigt die fruchtbarkeit immer achso weil du aus inzucht kommst alter was schweinenase pelziger schwanz what gut im fernkampf ist um vier erhöht aber ich weiß gar nicht name des xenotyps jene sind vererbbar oh shit das sollten die auf jeden fall sein die vier zehn optionen ja die haben wir leider nicht gefunden ach die mal mit ihrem hämogenisch alter finnum wieso heißt denn die jetzt auch wieder anders die benennen den immer um peter peter ambass aber ich habe martin verloren vor allem hat martin überhaupt kein der hat kein bad mehr und das ist nicht vererbbar das ist auch schlecht schlecht das ist ja jetzt blöd man muss halt immer alles neu machen und stachel hämogenisch wo bad nur buschige bärte jawohl und dann kriegst du noch ein horn hört sich bestimmt geil aus ich sage überlegt keine stunde ja das kann sein auf jeden fall starker magen so da hatten wir ach so müssen wir erst den xenotyp nehmen äh du bist auf jeden fall schaumspray da musst du auch hämogenisch haben ähm das reicht eigentlich erstmal man wenn man Leute neu dazu bekommt dann werden die ja auch andere fähigkeiten haben okay wir haben martin äh wo ist denn jetzt das ist hä wie soll hat denn das geschlecht geändert das ist doch jetzt blöd okay wir hatten schaumspray du brauchst hämogenisch dann müssen wir den charakter jetzt so im endeffekt erstellen kurze haare auf jeden fall ja wobei äh äh katzen ne katzenohren kriegt brüllende stimme da passt so die haut ist egal so die haut ist egal ja 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 nicht vergessen begabungen wenn er gut den bergbau geben wobei das eigentlich quatsch ist das entwickelt sich ja so oder so also die müssen die begabungen finde ich muss man eigentlich gar nicht ausgleichen da machst du halt einen anderen charakter das ist irgendwie ne aber wo wo äh legt man fest endlich oder weiblich egal blöbs ist einfach hier so zack dafür warum sind die alle so alt 45 51 50 53 54 die können gar kein kinder mehr machen warte mal der zeigt immer den namen an ja mist wie hießen wir jetzt toto nein nicht toto martin martin dann ist ambers peter ambers waschbär dennis zeig dir mal den namen an so dann haben wir noch zwei leute dann haben wir noch jay und sepp wo ist medizin hin scheiße medizin keiner kann medizin oder gut schön äh was kannst du fernkampf nahkampf konstrukt du kannst eigentlich nichts außer kämpfen das ist kacke du hast handwerk hallo sepp bastian war nicht olien olin oder sebastian einfach jetzt müssen wir ach so ich hätte es erst machen sollen feuer spunk kriegt jay was kriegt denn sepp was kriegt denn sepp optimist warte mal der ist der einzige von uns klar war der kriegt wann das jetzt da auch bewiesen fruchtbar auf jeden fall aber der hat auch mal rote augen weil er dann nachts so viel wach ist der kriegt die katzen ohren katzen ohren auf jeden fall blaue haare zu viel ne einer schweine füßige hände oh mein gott wort träger dieses genes haben hände die teilweise wie schweine füße aussehen dies schränkt ihre fähigkeit ein mit gegenständen zu antieren mega wie gesagt die begabung würde ich glaube ich gar nicht mal so ändern hämogenisch müssen wir glaube ich noch nehmen oder was ist das denn ok sebastian kann kochen handwerk und nahkampf neues merkmale feuer hüter feuer stellen hüter während die an ok stubenhocker hat kein bedürfnis nach draußen zu gehen ja mega da so ist auch kochen handwerk muss auch nicht raus kurzschläfer das schön optimist aufreiben sagt immer genau das was er denkt vor allem dann wenn es ihn stört dieses verhalten wird von den menschen oft als unangenehm empfunden ja egal so dann hätten wir nur noch james james auf jeden fall der kann feuer spucken ok können wir aber ich kann ja suchen ok sadist gibt es nicht weitsch das war doch kein sprung jonathan aber was bringt das keine ahnung aber wir nehmen es danke schon amc und oh mein gott wie sagt war vtx aqua dankeschön und guten abend krieger xl musik panne aus ok wenn du meinst vielen vielen dank extrem aggressiv okay keine haare extrem aggressiv könnte böse werden aber wo denn wir machen zumindest aggressiv ist ja eine prügelei anfangen auch nie leute der safe game wird keine zwei stunden halten die werden sich alle über den haufen irgendwie kaputt machen und ich kann falls wir müssen auch was gutes machen hier pass auf wie viel bist du denn minus 1 und minus 1 ist schlecht also auf du bist gut in tiere dafür aber miserabel in handwerk hallo gut in tiere ach so kriegende stimme gibt es so was wie temperament vollstellen wir können mal gucken pass auf also hemogenisch feuer spucken lassen es noch mal hier das machen ach so den körper etwa noch das ist nicht so wichtig dann hatten wir gesagt starken tiere dafür miserabel in handwerk okay also hier oben haben wir fragen die immunitäten brauchen wir nicht in teile bindung mental sensibel mental abgestopft fortbewegung aber nicht depressiv brauchen wir jetzt auch nicht kälte extremen toleranz oder hitze brauchen wir nicht ruhig wenn wir aggressiv nehmen freund kann man aggressiv aber freundlich nehmen die werden andere nur selten beleidige okay warte mal geht das das ist der innere der innere kampf aber sowas gibt es nicht ach standard körper ich habe strand körper gelesen ja ok zähleninstabilität träger dieses geht es benötigen viel weniger stoffwechsel energie allerdings auf kosten eines stark verminderten stabilität ihres zähl replikationsapparats ok grauloses haar natürlicher hafer krass menschliche hände nö ich glaube das ist eigentlich so in ordnung da jetzt gibt es nicht aggressiv aber freundlich ja irgendwie schon oder ach hier ist ein genkonflikt aggressiv und freundlich das dürfen wir gar nicht so was schade was sonst noch was vergessen außer die vererbung weitsprung fehlt ach stimmt das hattet ihr euch gewünscht warum auch immer dann sind wir aber wieder bei mir mehr hunger also sie haben alle hunger ok pizza jay abankero wobei ich glaube die anderen habe ich alle ausgeschrieben dann schreiben wir auch jonathan jeder jonathan sebastian dennis und martin ich glaube dann haben wir es der hat keinen starken machen so die götter waren zornig die blutmaschinen kamen in der nacht sie fickten durch euer dorf zerstückelten und verbrannten eure leute dankeschön mehlbrot ähm zerstückelten und verbrannten eure leute mit ihren klingen und ihrem teuflischen feuer nur ein paar von euch konnten dem gemetzel entkommen jetzt nach einem zermürbenden fußmarsch ohne irgendwelche freunde an die ihr euch wenden könntet äh ja müsst ihr euch ein neues leben in der wildnis aufbauen genauso wie schon eure verfahren vor euch der ist ja nicht so dass die zu 15 also die können sich schon an leute wenden erst mal speichern so neuer stamm 1 äh stream game und nun gut ich ehrlich gesagt die fickten durchs tor jaja sie wisst was ich meine äh wir könnten was ist das denn hier oh das sind die hemogen pakete ich war aus stahl also äh zunächst mal nehmen wir hier pimmikan das ist glaube ich was zu essen das ist so das zeug was man essen kann waffen können die sich ruhig gerne nehmen ähm oh wir haben zwei hunde anja und daikiri das war ein yorkshire terrier alter sieben alter neun ähm die können wir doch umbenennen oder irgendwie ging das direkt fleisch zum start die hunde schlachten fürs essen fuck you wir haben noch pimmian äh pimmikan wir haben ansonsten gar nix wa also kein eisen äh da man nicht abgestürzt ist kann man auch nix farben das ist ja klasse okay wo bauen wir uns denn auf ich baue eigentlich ganz gerne oh lol antiker generator okay äh ich baue eigentlich immer ganz gerne uuuh uuuh gegen einen äh gegen eine felswand also wenn man jetzt hier anfangen würde dann hätten wir zumindest schon mal so zumindest für den Anfang einen Schutz dass immer nur alles von unten kommen kann wenn ich jetzt nicht so verkehrt ähm achso warte mal äh wie ging das noch ich würde mir gerne anzeigen fruchtbarkeit yo ist gar nicht so schlecht wir können nämlich hier die felder anlegen das klingt doch noch ein plan oder wir schlachten nicht die hunde fürs essen chat ich weiß noch nicht mehr wie groß die räume sein müssen dafür brauchen wir achso holz haben wir holz können wir erlauben joa gib mal gas was ist das silber wer bing warme kleidung benötigt betten benötigt jäger oder fernkampfwaffe warum bist du dir denn da nicht ein hätte das licht oder was medizin ja dürft ihr auf jeden fall benutzen den schritt von mir aus auch wobei das nicht wie groß mussten denn die räume sein ich weiß es überhaupt nicht mehr oh joa man konnte hier voll viel planen und so wir haben noch gar kein heimatgebiet das ist gut ähm die wird man irgendwann mal brauchen für energie ist jetzt auch nicht so weit weg das ist gar nicht so schlecht denk mal am anfang bauen wir erstmal mit holz finde ich zwar tricky immer ich baue am liebsten direkt mit metall aber was willst du machen wie groß sollten die räume denn sein ist ihr dort noch wie groß ist denn so ein schlafzimmer gewesen war das nicht einfach 4x5 oder sowas äh irgendwo konnte man da vorzeichnen abfallzone lagerzone ach lagerzone müssen wir auch noch machen wo konnte man denn nochmal vorzeichnen das fand ich mal ein sehr geiles feature abreißen hammergebiet äh bodenentseuchen erweitern oh mein gott stahl brennt aber auch wenn musst du stein bauen echt ich hab immer mit mit metall gebaut das ist ja krass strukturen möbel sicherheit böden versus echt stahl brennt auch krass aber man konnte doch hier irgendwo ich bin doch jetzt nicht komplett bekloppt da planen meine fresse äh wenn wir jetzt nochmal 5x4 raum machen dann wäre der ja 6x5 draußen rum das ist doch eigentlich ein schlafzimmer das können die sich ja erstmal etwa 1 dann haben wir hier einfach bauen oder so mit planen irgendwie verplanen dann haben wir hier die wand dann machen wir hier wieder ich habe ja vier schlafzimmer das ist 3x5 ja wie groß sollten die denn sein die hatten immer eine mindestgröße mussten die dreimal also was heißt mindestgröße aber so dass die halt zufrieden sind war das 3x4 3x5 4x4 ich weiß das nicht mehr machen wir 5x5 3x5 single 4x5 doppel ja dann machen wir 4x5 ich weiß ja nicht wer vorhat mit wem hier zu machen deswegen fangen wir dann hier oben an äh ich mache erstmal nur die innenseiten dann machen wir hier einen dicken gang rein äh so dick wird der gar nicht mit den außenwänden nicht trolle außenwand gang gang außenwand 4x5 wie viele Leute haben wir wir müssen zweit in einem zimmer schlafen dann kriegt die schon hin scheiße wir brauchen ganz schön viel machen wir hier da kommt da kommt wand äh dann machen wir wieder einen 1er gang oder ein zweier gang machen wir einen zweier gang machen wir nämlich hier sowas wie einen großen raum erstmal hin da können wir alles reinpacken ja schön äh das heißt hier das wird mauer zup den Rest bauen wir einfach an Peter bitte 10x10 das können wir ja äh das können wir ja erweitern ah so ihr könnt jetzt erstmal anfangen zu arbeiten also Strukturen Wand aus Holz Freunde 5 zu ja ich weiß dass wir kein Holz haben musste man die Türen später oder direkt weiß ich nicht mehr so da kommt dann Türchen rein und zwar wie dreht man die Nummer R äh wollte man die drehen U E R mit der Maustaste ne konnte man nicht drehen die drehen automatisch ja ach ja stimmt je nach Wand machen wir da ein Türchen rein und von mir aus da auch wie würde go Mathe 2993 Dankeschön was machen die da jetzt fangt an zu arbeiten Freunde ihr habt Holz wer ist der auch von uns Marina warte mal was haben wir denn für Tiere ach wir haben auch einen Affen ja natürlich bezugsperson Jonathan natürlich Peter hat sogar zwei Hunde okay dann pass mal gut auf die auf sieht aus wie ein Zellenblock ja das soll ja aber erstmal alles kompakt sein wir haben ja nix wir sind ein armer das ist ein armer Stamm können wir direkt mal gucken wer macht denn hier was und wer hat hier wieder keinen Bock okay doch guck mal jeder macht was das ist doch schön gehen wir mal ein bisschen die äh den Zeitplan das will ich jetzt noch nicht einteilen genauso die Zuweisung der Arbeit da müssen wir erstmal gucken wer worauf überhaupt Bock hat und wer auch was kann ähm wer ist denn unser Jäger Martin hat Martin eine Fernkampfwaffe natürlich nicht gönn dir doch mal bewaffne dich mit Kurzbogen das können wir abbauen oder ach so nee das wird zerstört ach so Nahrung ja stimmt Nahrung ist natürlich wichtig tatsächlich äh Arbeitsplatz das brauchen wir später auch noch alles die Zone das war ach das war eine Anbauzone ja genau wollen wir eben gucken wo fruchtbar dann versuchen wir mal alles mitzunehmen 5x5 ist ja erstmal ein schönes kleines Reisfeld oder nein nix der Kartoffel wo mal wo Reis dann brauchen wir noch eine Lagerzone eigentlich können wir das hier zu einer Lagerzone machen und überdachen dann ist es zumindest wettergeschützt machen wir die mal hier hin dann brauchen wir noch eine Abfallzone sollen die da erstmal werkeln 10x10 meinst du für 5 Leute so groß also ich weiß noch ich bin am Anfang immer relativ schnell man muss gucken dass man halt äh in Besitz nehmen abweisen äh dass man halt logischerweise die Nahrungsproduktion anbekommt und Energie habe ich mal relativ schnell gemacht ist mit dem Stamm jetzt natürlich ein bisschen schwierig äh denn normalerweise gucke ich dass ich Richtung äh Windkraft und so ein Quatsch komme und Batterien damit man Strom hat Teppich herstellt und da ist immer so ein Kram gewesen Bierbrauen Schmieden komplexe Möbel ja Schmieden müssten wir halt machen ne Kifftgenerator Möbel wären wichtig wait können wir noch können wir echt keine Möbel bauen doch kommen wir ja das das füllen wir ja noch oh Gott mach mir nicht also Möbel bauen können wir ja ich war gerade nur bei Forschung äh also eigentlich Elektrizität dauert halt ewig äh braucht man wie man sieht Schmieden ist aber auch nicht so schlecht ohne Schmieden keinen Maschinenbaum der ist aber erstmal glaube ich zu vernachlässigen also ich würde tatsächlich mit Elektrizität anfangen Moin komplexe Möbel schalte Dinge frei die du nicht bauen kannst weil sie Glaubensgrundlagen erfordern an denen keiner deiner Leute glaubt Plattenbett oder Plattendoppelbett ja ist mir doch egal ja Forschung gibt es erst wenn wir Forschertisch haben das stimmt wie soll man arbeiten da guck mal hier Jonathan und Dennis gehen mit gutem Beispiel voran und knüppeln Holz das ist schon mal gut dass das zwei machen ich habe auch schon Savegames gehabt dass es einer gemacht das ist so zum Kotzen weil es dauert ewig was hat Peter so vor geht etwas spazieren okay wo ist denn Sepp ja guck mal der macht hier erstmal das Lager voll das ist gut später noch Regale reinbauen und all so ein Kram über Dach und kühlen dann bauen wir irgendwann so eine Fleischkühlungsanlage beziehungsweise Gefrierschrank Peter wenn du da bleibst wirst du ausgeschlossen achso den Filter habe ich noch an sorry das war der fruchtbare Bödenfilter Bodenbeschaffenheit da können wir halt nichts anbauen das Wasser und Schlamm hast du auch ein Mechani-Tor ne habe ich nicht ja ich weiß du kannst einstellen hier bei Quatsch bei doch Zuweisung oder hier werden Sachen zugewiesen Arbeitsplan also hier kannst du sagen wer wird machen sollen Kinderpflege alle war da nicht einer bei der Kinderpflege ablehnt oder ist der neu gewiffelt worden du kannst auch quasi die Priorität festlegen zum Beispiel Feuerwehr steht ganz links denn wenn Feuer ausbricht ist Priorität 1 Feuer löschen und glauben die Leute eigentlich erstmal noch gar nichts ja ich weiß das kannst du hier manuell machen also Peter zum Beispiel weigert nichts Stubenhocker der ist zwar leichter depressiver aber Papier aber dafür wunderschön aber Peter macht das Dach und erhält sich gerade schön mit Jonathan beim Bäume kloppen nur draußen Stubenhocker ist draußen Ass ohne Tisch ungemütlich leichte Schmerzen ja ok dass sie schlecht in den Skills heißt nicht dass sie es ablehnen ja es gibt explizit ablehnen also irgendwer muss doch bestimmt hier so ablehnen auf irgendwas haben warte mal also hierbei verweigert verweigert nichts Sebastian verweigert auch nichts oh da habe ich noch gar nicht drauf geachtet da verweigert Tierpflege zum Beispiel also Dennis wird nichts mit Tieren zu tun haben ich habe Bock drauf äh Martin verweigert jetzt einfache Arbeit hä dann haben wir die verwechselt oh nö das ist irgendwie alles nicht so gekommen wie ich mir das vorgestellt habe Dennis hat auch kein Bergbau mehr Sepp hat jetzt Bergbau und Handwerk bis zu geht nicht mehr ok das ist dann aber blöd weil also Konstruktion hat Jay aber noch das ist gut Konstruktion hat Jay und das na Peter auch noch ein bisschen guck mal der ist nur bis sich für gar nichts zu fallen Bergbau ist Peter einfach main was haben wir hier überhaupt Schiefer ah Stahlreste was find ich ich habe den Stamm genommen deswegen habe ich keine Elektrizität woher kommt das Glaubensmenü äh aus dem aus dem DLC wo ich aber Bock drauf habe pass auf ich muss mal eben speichern weil entweder sind das lustige Sachen oder wir werden alle sterben jetzt wir werden das mal im Besitz nehmen und hier mal hingehen wenn ihr diese Roboter drin sind RIP aber vielleicht sind doch einfach so Kryoschlafkammern da drin und wir kriegen neue Leute also hier sind meist genau hier sind diese Ancient Sachen drin äh wie können wir denn jemanden hier komm mal her wer hat denn Bock wer hat denn gerade nichts zu tun Jonathan geht etwas spazieren ja guck mal dann komm mal in den Kampfmodus dann geh mal da hin wenn Mechs drin sind ja nee ich will nur mal gucken gehen also wird dann schon neu laden wenn da jetzt die Mechs drin sind weil die kommen dann da raus und die töten einfach die ganze Kolonie das ist dann schon scheiße der kann Feuer spucken ja ach macht man das aktiv macht der das gar nicht passiv so nach dem Motto greift den mit Feuer an der kann weit spucken äh weit spucken der kann weit spucken und Feuer spucken ach guck mal hier ist doch gar nichts alles easy Leute völlig umsonst aufgeregt X ist da drin danke Jay für deinen Einsatz und dafür schläfst du jetzt da in dieser Höhle sehr gut äh habt ihr jetzt eigentlich habt ihr jetzt eigentlich sowas wie Boden gemacht es gibt Brücken und nehmen wir den Holz ja ja reichen Holz wenn die nachts alle pennen können wir ein bisschen schwulen Caligo danke für acht Monate Captain Ador hat schon 40 oh scheiße danke den Wings ja warme Kleidung blablabla mehr Holz die hacken doch noch das ganze Holz hier weg auf jeden Fall weil die ja den Boden ersetzen müssen Drift King Dankeschön da habe ich gar nicht drauf geklickt quatsch muss Säulen bauen bei der Raumbreite ja da kommen wir noch Wende rein eigentlich scheiße was hat mir gesagt vier ne Konstruktion verbockt ja nice ich glaube die ausgemalten sind die geplanten dann demnach müssten habe ich gesagt vier mal fünf ne 1 2 3 4 5 1 2 3 4 yo und zwei Jahrgang wollte ich lassen die oder feier ja wir haben noch nichts schade dass Jane nicht Jäger ist sonst würde ich dir einfach Feuer spuren lassen vielleicht sind die Tiere da schon gegrillt komm wieso mach mal okay Martin ist da am Halshacken achso wegen dem Feld ja ich wollte schon sagen ey das könnt ihr abreißen ne alle Kopf vielen vielen Dank ein Jahr voll gemacht so die steine könnt ihr alle austragen leute ich licht damit sich mit die steine aus meinem gebäude ja da braucht man nämlich noch brauchen wir denn noch brauchen noch eine küche wir brauchen noch äh ein essens lagerungsraum die küche können wir eigentlich irgendwo hier machen oh dankeschön für fünf abos die er da gelassen lass gerade kommt 1 direkt nach zwölf monaten nummer 5 martin jays vater echt jetzt äh ja ja martin ist jays vater ok ja selbst wenn du nichts zu tun hast ne ey hier so stahl abbaus geht natürlich immer die haben den sound davon geändert ist ja crazy äh und hier so da dürfte auch gerne alles ernten was macht ihr denn der lümmel frisst der pami pami khan ach so licht brauchen die wa dunkelpilzfackel eine spezielle pilzfackel das ist alles was ich da habe für ach so ne fackel ist denn jemand so ein dunkelmensch ne oder höhenkind und buddler stubenhocker abstinent masochist oh ja schön martin findet es erregend verletzt zu werden die gründe dafür kennt er nicht er ist einfach anders gestrickt ok denn es ist ein einsiedel ein freundlicher einsiedlerischer bisexueller mensch ach so ok was heißt denn einsiedler je weniger leute in der fraktion sind desto glücklicher ist denn es ja das ist schade bastian ist ein stubenhocker kurzschläfer auf rein ah alles stubenhocker guck mal das passt sogar fast aber niemand ist jetzt so ein dunkelmensch stubenhocker mag dunkel echt er wird sich nie eingespielt von oder einen lagerkoller bekommen egal wer drin sitzt oder dunkelheit ausgesetzt ist hat kein bedürfnis im hellen zu sein ja er hat ihn da gerade rumgegrummelt dann können wir den leuten die ja halt stubenhocker sind den können wir so eine dunkelfackel da ins ding setzen können wir schneller bauen leute und frisst vorräte schlachten nein die hat peter mitgebracht peter wäre sehr traurig können wir lieber den affen ist aber test ding betten benötigt ja ich arbeite daran spiel geht ja nicht mehr aber die lernhilfe weg geht nicht ok hat das spiel ein festgelegtes ende oder kann man im normalen modus du kannst theoretisch unendlich spielen es gibt aber auch okay gibt es ein bestell gibt es theoretisches ziel was man in seinem eigenen team ja du kannst auch also ich glaube je nach szenario wenn du zum beispiel abgestützt ist äh bist dann kannst du in der welt zumindest bei dem absturz szenario irgendwo teile eines raumschiffs oder so finden und kannst da immer wegfliegen war ja noch nie gemacht ja affe nein die sind krass die viecher wenn man die angreift dann explodieren die glaube ich war das nicht irgendwie so oder waren das andere die sahen auf jeden fall so ähnlich aus meine ich achso warte mal was haben wir denn für tiere hier die faultiere kannst du am anfang völlig vergessen zu jagen die machen alles weg die sind richtig krass grizzlybär boomerlob wagen nicht gut steinbock trutan trutan schildpaschel waschbären fucking eichhörnchen asen ist okay die kann man gut jagen meerschweinchen auch ratten so können sie auch essen wie kannst du zähmen und melken yo wer ist denn es stimmt jay ist doch hier unser tier dude also jay kann dann einfach die dinger da melken und zähmen melken und dann haben wir benzin meine fresse peter wie lange brauchst du den um so einen baum zu fällen wer war jetzt als stummocker peter peter sepp und jay Das war's. Normalerweise stört die nicht. Ja, aber es passt irgendwie. Ich würde, glaube ich, hier so die Küche irgendwo hin machen, damit, wenn man hier später erweitert das Lager dran macht. Hier so ein Aufenthaltsraum. Und dann machen wir hier schon mal ein Forschungszimmer, glaube ich, dran. Das Forschungszimmer machen wir einfach wo Boden, da Boden. Ja, ist ja gut. Machen wir einfach hier so 5x5. Zwerg. Denn wir brauchen irgendwann mal Möbel, vor allen Dingen Elektrizität. Warum ist Verteidigung benötigt? Weil es Raids gibt. Wenn man Pech hat. Also ich glaube, bei uns sind wir da noch nicht so akut gefährdet. Aber scheiße, wo sind wir eigentlich? Wo ist mein... Wo ist mein... Hier, da, ne? Und zum Geier ist unsere Kolonie nochmal. Da. Ne. Boom Oil. Türkise Hütte. Wer ist denn eigentlich unsere Stadt? Äh, unsere Stadt fährt mir gerade ein. Wie heißt denn unsere Kolonie? Weltkarteforschung, Wildtiere, Hostiere, Zuweiser. Obgleich noch. Ja, genau. Äh, stimmt. Wir haben ja gar keinen, gar keinen Dingsbereich. Jetzt noch mal das DLC-Spiel. Ja, das haben wir doch aktiviert. Ähm. Frauen müssen ihre Hüften und Brüste bedecken. Der Rest des Körpers kann bedeckt sein, muss aber nicht. Ist mir doch egal. Die Hinrichtung von Gefangenen ist akzeptabel. Sollte der Gefangene schuldig sein, ist das ein Grund zur großer Freude. Ja, da sehe ich uns. Die Blendung von Menschen aus ideologischen Gründen ist grausam. Nö, das finde ich nicht. Die Leichen sind widerlich. Der Anblick eines toten Menschen ist schrecklich. Naja. Kannibalismus wird als grausam gesehen. Sklaverei als grausam. Ach, das ist doch Quatsch. Schädel, Spieß, missbilligt. Ja, passt es. Ekelar, Forschung normal, Insektenfleisch verachtet. Oh, ja. Mach mal hier die Bäume weg. Bäume, 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 Befehle. Holzer. Die haben aber nicht mal den Baum gefällt, der mitten in der Wohnung steht. Mann, 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 Leute. Jetzt haben wir eine Hippie-Kommune. Ja, hey, hallo. Ja. So, dann können wir doch langsam schon mal anfangen, da die Möbelchen reinzustellen. Stimmt, man hat ja wirklich keine... Leute, wir haben Besucher. Oh mein Gott. Ein Feuerstellenhüter der Fraktion, das Wüstenbündnis besucht, die Kolonie. Er heißt Jesse Rubigid. Kann man mit dir handeln? Er hat ein Igwa aus Stahl, trägt einen Schleier und Stammeskleidung. Gute Werte im Bergbau, Fernkampf und Nahkampf ist auch in Ordnung. Ja, die hat keinen Handel. Ich bin gerade überlegen. Ja, jetzt schon Gefangene nehmen. Leute, wir haben noch nichts. Also, ich würde mich mit denen erstmal gut stellen. Arbeitsrausch. Oh, Sebastian ist im Arbeitsrausch. Ja, nice. Gönn dir. Ja, Playpen, man hatte mir gesagt, du kannst den Twitch-Chat einbinden. Das habe ich jetzt auf die Schnelle nicht hinbekommen. Das mache ich für Freitag. Also, Rubigid kann gerne hier noch ein bisschen rumrennen. Genau, manchmal kommen hier einzelne Händler. Sofern du da keinen Quatsch machst. Was machst du denn? Wehe, du isst unser Essen auf. Weißt du was? Jetzt kommen schon die ersten Besucher vorbei. Ich will keine Wand aus Stahl bauen. Wir können nur aus Stahl bauen, weil wir aktuell kein Holz mehr haben. Hält doch mal die Bäume. Ist das Deutsch durch einen Mod? Nein. Mittlerweile ist es auf Deutsch. Wir haben 200 Silber, 20 Medizin, 200 Eisen. Das war's. Okay, wir sind tschüss. Tschüss Besucher. Ja, ja. Betten benötigt. Verteidigung. Ich meine, Verteidigung ist am Anfang immer so eine Sache. Da hast du halt irgendwelche komischen Springfallen. Äh, Sicherheit. Sandsäckige sind ganz cool. Äh, die kann man ganz gut benutzen. Aber Stoff haben wir halt nicht. Die haben das ganze Pimikan schon aufgegessen. Ich weiß. Okay, Freunde. Fangen wir an zu jagen. Also... Das ist jagen, ne? Markett, die Tiere, die von einem Jäger gejagt werden sollen. Ah, ist klar. Hase, 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 Hase. Zwei Eichhörnchen kann man bestimmt auch brauchen. Steinbruch ist eh alleine. Der muss weg. Gut, hahn haben wir zwei Männchen. Das funktioniert dann leider sowieso nicht. Also kann einer weg. Martin geht auf Pirsch. Wann haben wir denn sonst noch hier? Da, Bären. Wir haben ihn bitte. So, jetzt pass auf. Oh, warte mal. Was hast du denn vor? Ach, du schießt auf den. Kannst du nicht... Warte mal, der hat auch so Stacheln die aus dem Brust kommen eigentlich. Daneben. Daneben. Was bist du für ein Jäger? Der Hase redt weg. Los, hol dir Hasi. Hasi hat sich wieder zum Schlafen hingelegt. Aber kein Problem für Martin. Der kann auch so weiter daneben schießen. Die beste Taktik vom Hasen ist, wegrennen und sich dann wieder hinlegen. Ich fürchte, wir verhungern. Ich bin da ganz ehrlich. Mein Gott. Vor allen Dingen läuft das hier ja auch noch weg, wenn du das getroffen hast. Sag mal. Wie viel Fernkampf hatten die ja? Oh, vier. Ja, geil. Wieso ist der denn Jäger? Achso. Ja, wobei, Dennis hat acht. Alter, Jay kann nicht kämpfen. Sepp kann nur so bedingt kämpfen. Dennis kann kämpfen. Martin geht so. Peter auch nicht. Ey, wenn wir angegriffen wären, haben wir einfach verloren. Ach, Tiere zählt auch für Jagen. Achso. Aber da steht nur Zähmen trainieren und kontrollieren. Mit dem Bogen schiefsten ist doch Fernkampf, oder nicht. Er soll ja mal üben. Der Haserei hat hier immer noch durchgegeben. Oh, Mann. Gleich hast du einen Hasen erlegt. Pass auf, Martin. Guck mal hier. 420 ist er gerade. Zum 441 von 5000. Da muss er noch ein paar Mal ballern. Der Hasen ist wenigstens schon verletzt. Ja, ich glaube schon. Einmal hat er getroffen. Ja. Einmal hat er getroffen. Martin hat eine Hasen in die Licht. Das Problem ist, wir brauchen jetzt noch eine Küche, um ihn zu zerschnetzeln. Oder fressen ihn in roh. Ich glaube nicht. Leute, was ist hier los? Bäume fällen. Blümchen. Ne, nicht Blümchen. Bären pflücken. Oh, macht hier nichts. Risiko eines leichten Zusammenbruchs von Jonathan. Oh, oh. Unterernährung. Bistenarbe. Ist gebissen worden. Was passiert hier gerade? Guck mal hier. Die Eichhörnchen und Ratten sind schon bei uns in der Bude drin. Die musst du nur noch... ...jagen. Keiner hat hier wieder Bock auf irgendwas. Warum? Macht doch was. Ihr werdet sonst alle sterben. Also wir brauchen tatsächlich, anstatt jetzt in die Betten oder so einem Kram, brauchen wir halt wirklich was für... ...so eine Schlachtbank. Allerdings können wir die gerade nicht aus Holz bauen, weil wir kein Holz haben. Wow, Martin. Ja, fast. Mhm. Ne. Alter, bitte. Komm schon. Jeder hat eine geile Stimme. Eichhörnchen getroffen. Nein, Peter, nicht reinkommen, sonst rennt das Eichhörnchen raus. Oh, Eichhörnchen weg. Alles klar. Mann, 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 Mann. Jetzt bringt er dann... Ach so. Wir haben noch drinnen noch kein Lager. Das ist blöd. Wo, wo... Ne, nicht da hin. Ach, scheiße. Ne, eigentlich finde ich... Die sind nur erlaubt zu essen. Was ist hinten da gerade? Hase tot. Wieso läuft nur so eine Leiste voll? Leute, Bäume fällen. Wir müssen Bäume fällen. Hallo. Der Hund frisst den Hasen. Ach, yo, deswegen. Na klar. Daikiri frisst den Hasen schon auf. Ja, wenigstens die Tiere sind versorgt. Ich wollte gerade sagen, es gibt doch gar keinen Balkon, wenn die verwesen oder so. Aber, ey, mal ohne Scheiß. Warum macht hier keiner irgendwas? Keine Arbeitszeit? 12 Uhr. Das ist volle Kanne Arbeitszeit. Der Hund heißt nicht Emma. Ne, ich hab den noch nicht unbenannt. Arbeit. Wer ist denn hier für... Wo, 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 was? Wald Arbeit. Macht nur Martin. Macht jetzt auch Peter. Die anderen können das nicht. Werf mal helfen? Du möchtest alleine rausfinden. Ihr könnt auch ruhig gerne Sachen schreiben. Ja, stimmt. Wie machen wir das denn? Wir machen hier... Blubblubblubblub. Stimmt. Das ist ja nicht hier Freizeit. Du hast vollkommen recht. Ich dachte, das wäre schon Arbeitszeit. So, dann machen wir hier mal... Pause ist um 13 Uhr. Wie lange schlafen wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, das ist okay. Dann ist hier nochmal alles. Morgens nach dem Ausstehen auch. Ne, Jugo. Ich hab ja gerade mit Blumwold angefangen. So, wenigstens Peter hackt jetzt ein bisschen Bäume. Wir müssen auf jeden Fall so Schlachtbank machen. Und... Und ein Herd. Porchen. Ich hab schon angefangen hier mit... Bären sammeln. Wir sind noch viel mehr Bären. Mal hier. Oh, Martin ballert wieder, Freunde. Aber wie viel ist denn der mittlerweile? 1100. Na, immerhin. Eichhörnchen erlegt. Mega. Ja, die Prio kannst du anpassen. Ich weiß. No, wir haben eine verrückte Ratte. Die greift jetzt alles und jeden an. Ja, Leute. Ihr werdet euch gegen eine Ratte verteidigen können, oder? Was hatten die jetzt vor? Übergeschnappter Menschenjäger. Hat Dennis eine Waffe? Nee. Warum haben die keine Waffen? Du bist doch krasser Nahkämpfer. Nimm dir nochmal Nahkampfwaffe. Ach, die brauchst du jetzt. Okay, werde ich einfach... Hallo? Hey, werde ich doch gegen eine Ratte. Danke. Kampfmodus. Ja, ich weiß, aber... Ich dachte, wenn er angegriffen wird und hat nur eine Ratte vor sich, würde er dagegen tun. Aber scheinbar nicht. Ich wollte auch mal nach dem Ding uns gucken. Was ist denn Iqva eigentlich? Iqva... Nahkampfschaden pro Sekunde 6,7. 20 Prozent. Was haben wir da? Okay, ist tatsächlich besser als das Messer. Pilum. Nahkampfschaden 4,5. Okay, das ist jetzt schlecht. Wer hat denn hier noch Nahkampfzeug, bevor wir das hier vergessen? Ach, Peter 1. Martin 4, Dennis, Sebastian. Können wir mal Messer? Kannst einstellen, ob die wegrennen oder zurückgreifen, wenn man sie angeht. Ja, bei einem... Also, normalerweise ist wegrennen aber auch die bessere Nummer. Was blöd ist jetzt, ist dieses Dennis verletzt. Und wir haben noch kein Bett. Damit sich jemand um den kümmern kann. Wer hat denn ein bisschen Medizin? Was war das denn? Jeder hat 4... Bastian... Er hat aber schon so viel. Aber Jay hat auch 4. Ja, guck mal, Jay. Dann, äh... Umwirkt Dennis. Wait, wieso kann man den nicht behandeln? Risikon ist schwer im Zusammenbruch. Peter. Wieso ist Peter schlecht gelaunt? Ungemütlich, aber so ein Tischgestörter Schlaf. Stuhl mal draußen, schlief auf dem Boden, schlief draußen, lief in der Kälte. Lange draußen, leichte Schmerzen. Depressiv und unterernährt. Okay. Na gut. Dann machen wir halt schlaff. Entschuldigung. Dann machen wir einfach Schlafplätze hier. Zack. Müssen wir eben. Tische brauchen wir noch nicht so wirklich, aber wäre auch ganz gut. Und noch mehr Holz eigentlich zum Hacken markiert? Nee, ne? Hallo, hallo. Was soll das dir leisten? Wie ich das verhungern hätte. Hätte ich es nie gedacht. Ach, guck mal. Sebastian hat Dennis behandelt. Sehr schön. Immerhin. Hat sich der Kram infiziert? Ich hoffe nicht. Arterienverstopfung, oder? Das ist aber nicht gut. Das kann einen Herzinfarkt geben. Und wir haben eine Quest. Junge Landstreicher wünschen sich Nächstenliebe. Bitte was? Okay, warte mal. Lechte Unterernährung. Wir haben auf jeden Fall einen Kratzer. Das ist alles nicht so schlimm. Das ist alles verbunden. Die Arterienverstopfung, die könnte nochmal übel werden. Könnte irgendwann zu einem Herzinfarkt führen. Nicht geil. Okay. Junge Landstreicher wünschen sich Nächstenliebe. Eine Gruppe von armen Kindern nähert sich. Hilfe suchen. Die Kinder betteln um Drei-Kräuter-Medizin. Sie brauchen die Medizin, um ein Heilmittel für einen Freund zu brauen, der mit hohem Fieber im Bett liegt. Um ihnen etwas zu geben, wähle einen Kolonisten ausrechtslich auf Weiß. Die Kinder werden einen Tag weiterziehen. Kinder sind fraktionslos. Wenn du möchtest, kannst du sie töten, inhaftieren, verkaufen oder ihre Organe entnehmen, ohne diplomatische Konsequenzen befürchten zu müssen. Okay. Verkaufen. Aushauen. Kleine Blutbeutel. Nice. Die können wir, glaube ich, daraus noch gar nicht herstellen. Und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, dann muss ich euch, also ich muss euch wirklich enttäuschen, glaube ich. Denn, ich glaube, Kannibalismus ist nicht so gern gesehen bei uns. Wo Kannibalismus? Oh, warte mal, haben wir da gar keinen Punkt zu? Da, kann ich mal, das muss grausam. Finden die nicht geil, würden uns nichts bringen. Das ist nicht schön. Ähm, ich bin tatsächlich am überlegen, äh, wenn das jetzt keine Kinder wären, dann würde ich sagen, wir lassen die einfach mal machen. Einer abhacken. Also, ich hätte gerne, ähm, wenn wir mehr Holz hätten, hätte ich hier ein kleines Gefängnis gebaut. Oder, was weiß ich, hier irgendwo. Äh, dann hätten wir zumindest irgendwie einen oder zwei hier behalten können, aber so... Ich bin gerade so am Stock, äh, ressourcentechnisch. Können wir uns nicht leisten. Wo sind denn die eigentlich? Sind die gar nicht hier? Doch, da. Können alle noch nix. Also, das stimmt, ich habe ein freies Zimmer. Warte mal. Also, zuerst mal konnten wir Zimmer zuordnen. Ja. Besitzer wählen. Äh, Sebastian. Weiß schon, hat er sich selber genommen, okay. Martin, der ist noch frei. Können wir das gleich nicht abreißen? Nein! Oh, fuck. Ich habe auf Abreißen gedrückt. Warum? Besitzer wählen. Das können wir nicht zu einem... Kolonisten. Lege fest auf Betten. Ah, für Gefangene. Uh, wir haben tatsächlich ein Gefangenenzimmer. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf. Wir versuchen, eines zu machen. Wir werden, weil es die Medizin geben, die soll mal schön zu uns kommen. Leuchtet denn hier so rot? Die soll mal zu uns kommen. Dann werden wir weiß, die Medizin geben. Der wird sich bedanken, wird sich denken, boah, geil. Und dann werden wir uns überlegen, äh... Hat man hier nicht... Ja, bei Wildtiere nicht, aber eine Übersicht, welche Menschen sich hier gerade befinden, hat man aber leider auch nicht, oder? Ähm, ich bin nämlich dann überlegen, mal zu gucken. Okay, der kann... Ilarian kann ja gar nichts. Moment, eine Nase juckt. Ähm, Ilarian kann gar nichts. Dann war noch weiß dabei. Wo ist die dritte Kind im Bunde? Ja, Colin. Mental abgestumpft und... An den tierischen Schlachtruf. Ja, ich weiß, dass der S7 ist. Aber beispielsweise Colin... Wie lernen die das denn dann? Also dann bin ich doch am überlegen, hier, äh, Smith. Aber Smith ist schon sehr viel weiterentwickelt. Ist zwar ein bisschen depressiv, aber da kriegen wir in den Griff. Das Problem ist, Leute... Guck mal, wie es uns geht. Das ist alles so niedrig. Ui, ui, ui. Die drehen alle am Rad. So, der liebe Onkel Martin, gibt euch jetzt eure Medizin. Okay, du gehst jetzt so rum. Das ist ja echt Bullshit. Ich wollte extra hier keinen Eingang machen, damit man möglichst wenig Eingänge hat. Hier ist eine Engstelle, das ist ganz gut. Hier müssen wir noch für die Engstelle irgendwann mal sorgen. Was passiert, wenn alle drauf gehen? Ähm, dann ist es vorbei, glaube ich. So. Bettler haben die gewünschten Gegenstände erhalten und verlassen das Gebiet. Okay. Was ist mit Weiß? Maison-Drie. Eine starke Abneigung gegen Männern und misstraut ihnen. Weibliche Überlegenheit. Danke. Inhaftiere Weiß. Warnung, dein Versuch, die Person zu inhaftieren, bleibt vermutlich nicht unbemerkt. Wenn du deinen Nicht-Kolonisten oder anderen Fraktionen, können es der Fraktionen dir gegenüber feindselig werden. Diese Inhaftierung hat eine Chance von 64%. Was? Du hast eine 64%-ige Chance, ein 7-jähriges Kind zu inhaftieren. Okay. Reisende verraten. Die Reisenden, die auf deine Nächstenliebe aus waren, sind verraten worden. Kolonisten mit wohltätigem Glauben werden schlechte Laune bekommen. Die haben eh alle schon schlechte Laune. Irgendwie muss man ja neue, ähm, Kolonisten dazu bekommen. Das Problem ist, ich habe zu wenig Essen, damit wir uns selber versorgen. Jetzt haben wir noch einen Maul mehr zu füttern. So, viel Spaß, Weiß. Was ist denn jetzt mit Martin los? Achso. Übel? Was ist denn übel? Messer? Achso. Das Messer ist üble Qualität. Okay. Schlafplatz und Lagerfeuer fürs Essen. Wo war denn die Lager... Wo war denn das Lagerfeuer? So, Sepp war hier so ein Dunkelmensch. Wer noch? Peter und Jay. Produktion, Arbeitsplatz, Schlachtplatz. Das kann Feuer. Also hier ist ein Herd, aber... Wir können auch im Endeffekt ein... Wir können auch ein Herd direkt aus, äh, links machen. Nein. Du hast jetzt zwei Dunkel... Ja, ja, Dunkelpilzfackeln. Risiko eines Zusammenbruchs mal drei. Okay, Forschertisch, Mahlzeitquelle. Ja, ist ja gut. Der Jonathan baut uns ein Herd. Ja, mega. Da braucht man natürlich Holzformeln zu betreiben, aber das baut Jonathan auch ab. Aufgabe hinzufügen. Einfache Mahlzeit. Ne, Pimikanen, ne? Das essen die ja. Äh, das machen wir, bis wir... 20 haben. Ansonsten haben wir auch gerne eine einfache Mahlzeit, wenn wir 20 haben. Für immer, oder? Aber wobei, da reicht eigentlich auch 20. Ja, ein Lager müssen wir auch noch bauen. Ich weiß, ich weiß. Und einen Tisch, wo die essen. Da sind die nämlich auch sauer. Wir können unsere Fraktion benennen. Ist ja wahnsinnig. Die Tutsch-Egal-Vereinigung. Auch Vereinigung finde ich schon mal gut. Doch, doch egal. Wir können doch egal machen. Doch egal. Die Doch-Egal-Vereinigung. Außerdem schlägt Martin vor, dass du dieser Siedlung einen Namen geben sollst. Wie soll diese Siedlung heißen? Kinderräume. Meine Fresse. Dankeschön, Phantomate. Gwenschana. Eieieie. Auch Phantomate hat auch nie Erfolg. Dankeschön. Äh. Ja, komm. Macht schon Sinn. Gibt es mit Vereinigung? Wir sind Grubi, ja. Das finde ich eigentlich gar nicht schön. Gar nicht schlecht. Die Peace-Meet-Vereinigung. So, wir sind die Grubi. Grubi. Wir sind in Grubi, ja. 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 Übersinnig ist Brummen schwach. Nein. Jeder weibliche Kolonist spielt Angst und Wut. Oh, nein. Und Jonathan und Peter werden auch noch schlechter gelaunt. Weil die jetzt draußen die ganze Zeit Räume hacken. Aber wir haben immerhin noch mal ein bisschen Feuer jetzt. Sollen wir hier Partyplatz, Hochzeitsplatz? Nee. Möbelchen. Möbelchen. Da machen wir mal ein Lager. Schlageraum für Essen. Schlachtet wird später. Ja, brauchen die gerade nicht. Granaten brauchen wir nicht. Bauteile brauchen wir da nicht. Achso, jetzt sind wir hergestellt. Zählt Essen gar nicht. Nee, hergestellt kann er komplett weg. Bei Nahrung... Ja. Dafür werden wir hier Nahrung natürlich verbieten. Erlaube frisches. Erlaube frisches. Wir machen erlauben frisches. Verrottenes. Große Leichen. Nee. Vielleicht haben wir mal eben... Die Piezmeat-Vereinigung. Ja, stimmt. Der Blöde ist die ganzen Tiere, die jetzt hier draußen sind. Stimmt, Medizin muss... Ich muss hier rein. Nur ist... Wir haben ja nur so Blattmedizin. Weil mal hier fehlt einer. Eier Martin. Oh, hups. Die haben aber kein Licht. Alter, finde ich. Aber du... Also... Mit so einem Stamm hast du ja echt gar nichts. Weil das ist ja mal hier mit so Reis. 76% gewachsen. So wäre ganz schön, wenn der Reis irgendwann mal fertig wird. Wenig Medizin. Risiko von Zusammenbruch. Verteidigung. Wenig Nahrung. Hungernde. Ja, puh. Wenn wir Hals packen, ist doch B. Sehr gut, wir haben einen Forschungstisch. Vier Bäume. Ja, die sollen jetzt nicht 30 Bäume fällen. Dann machen die danach wieder nichts anderes. Vor allen Dingen, bist du die Bäume gefällt haben, ist sowieso wieder am nächsten Tag. Jetzt bau doch mal die Schlachtbank da auf. Wir müssen mal Tiere schlachten, Leute. Die Verrotten da draußen fällt mir gerade auf. Ich muss nicht direkt geschlachtet werden. Oh, der Reis ist fertig. Oh mein Gott, wir werden überfallen. Ach du Scheiße. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Eine Gruppe Ödländer der Fraktion Tox-Menschen ist in der Nähe eingetroffen. Sie werden sofort angreifen. Ach so, einer. Poppits. Okay, okay, wir müssen mal kurz gucken. Poppits. Äh. Hat null bei Kochen, Tiere und Kunst. Schneller Lerner, fragil, hässlich. Ja, okay. Ich bin nur gerade am überlegen. Einknasten oder wegmachen. Wer ist denn jetzt hier? Warte mal, warte mal. Ich würde sagen, wir stellen uns mal hier so auf. Die kommen sowieso, glaube ich, zu uns. Hä. Wer hatte den Fernkampf? Geht da ein bisschen. Martin hat eine Fernkampfwaffe. Eigentlich braucht Dennis eine Fernkampfwaffe. Was? So. Peter, Martin, Dennis, Sebastian, Jonathan. Ach scheiße, ich habe die Geschwindigkeit hochgestellt. Oh, wo ist der Bug denn? Wo bleibt er denn? Ich finde den gerade nicht. Normalerweise brauche ich mir eigentlich so aus Sand senken so eine kleine Verteidigung, sodass die halt zumindest in die Richtung vor Schüssen geschützt sind. Jetzt kommt der aber zum Glück nur mit einem Messer an. Also das ist eigentlich nur in Ordnung. Deswegen stellen wir Martin da hin und Dennis auch. Der sollte eigentlich... Der ist schon gestorben? Was? Kann ja gar nicht. Hä? Aber wo denn? Und woran? Ich sehe da nichts. Ich sehe Beeren. Also irgendwo... Irgendwo muss der doch... Da ist er doch, Poppets! Ein Gott. Können ihn ein bisschen besser markieren. So, Poppets kommt jetzt von unten. Das ist gut. Dennis und Martin werden gleich auf den schießen. Und dann wird... Oh Gott, Peter, du sollst dir doch die Keule holen. Ich glaube schon, Leute, ihr trefft... Ihr trefft den. Ihr trefft den. Ihr trefft den. Fuck, ihr trefft den nicht. Okay, Poppets ist... Down. Ui, ui, ui. Lebt Poppets noch? Dieser Kolonist wird als schuldig angesehen. Du kannst ihn jederzeit verbannen, hinrichten oder inhaftieren, ohne dass sich jemand daran stört. Okay. Okay. Der ist an der linken Lunge getroffen worden. Ich habe schon Gefangenen. Also ganz ehrlich... Poppets hat Medizin dabei. Nice. Ich habe überlegen, die mit reinzustecken. Ich glaube nicht. Ich glaube, der... Kannst du ihn essen? Wir können ihn schlachten, wenn wir eine Schlachtbank haben. Ja. Aber ich weiß nicht, ob wir... Können wir eine... Leckere Fleischmahlzeit. Also dafür müssten wir den, glaube ich, schlachten. An Peter den aussagen. Fange den ein, entkleide. Ja, irgendwie nicht. Da Blutsaugen. Wir nehmen auf Wieder. Geil. Jeder hat jetzt... Bringt ihm da denn was? Nö. Bringt ihm das? Bleibt aber ansonsten unversehrt. Ein schnell wirkendes Gerinnerungsmittel. Verschließt die Wundung, die Blutung zu stoppen. Okay, er hat ein bisschen hämogen gewonnen. Den stört er nicht wirklich. Rechtes Auge. Der ist komplett kaputt. Und der Poppitz. Schade, du wirst da leider verreckt. Das alles! Die Blutung. Nichts, der ja. Du wirst da. Dassel. ich habe ich ja immer gebaut weiß ich gerade nicht mehr entkleiden die ist voll blut die kleidung die will keiner anziehen wir können schon mal hier wandert produktionsbefehle divers ist ja hier kommst du dahin was wir können es nicht um weiß und puppets kümmern also die ganze heilung jetzt da reinstecken nee da danke ich dem dass wir dreimal medizin bekommen haben einfach mal zeit mal zwei martin ist am arbeiten macht sind bastian der holt sich doch schön die bären die laune ist deutlich besser geworden zumindest bei sebastian dennis peter und jonathan martin ist immer noch so ein bisschen starker entspannungsmangel an mann 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 martin wie wert denn wie flogen wir denn 20 uhr wollt ihr zwei stunden am ende frei haben das ist ja hier jeder schaufelt derweil das grab für puppets schon mal ach so warte wir können schlachten neues kreatur schlachten haben wir denn 1234567 auf geht's hufeisen werfen habe ich noch nicht gebaut stimmen die müssen sich ein bisschen bisschen sollten die sich entspannen durch hufeisen werfen egal und haben wir denn noch unter möbel weil die die essen ja auch die haben wir nicht haben wir nicht da muss jemand forschen dafür auch schon wieder keine bäume kannst du kurz erklären was das für ein game ist kann das gar nicht hier klar klaus das ist so eine cola die kolonisierung kolonisation kolonien kolonialisierung simulation meine fressen so rum also man stellt die leute immer nur passiv aktuell 5 also gibt es den halt aufgaben und ob die die da machen gucken wir mal und naja soll halt größer werden mehr leute bessere technologie also strom wäre zum beispiel ganz schön und wir sind rubia da sind wir sind hier dieses kleine feld sind wir also dass das oder gibt es noch die ganze welt mit unterschiedlichen stemmen wir können mal gucken ob wir wir haben noch nichts zu handeln ok sie sind feindlich sind neutral pokardorf den könnten wir später handeln da können wir leute hinschicken dann kann man sagen jo hier ne meinen geilen schritt irgendwann nicht feindlich ist noch die sind extrem feindlich und die auch auch extrem feindlich romestadt das sieht doch gut aus ist das single player ja kann man auch multiplayer spielen ich weiß aber nur nicht ob das so wenn die schlafen kann ich spielen was ist jetzt los wenig nahrung risiko eines leichten sammels ja ich arbeite an nahrung frauen ja du kannst hier wirklich auch krassen shit machen also wir könnten zum beispiel später ein labor quatsch sondern medizinische einrichtung bauen wo wir dann peter keine ahnung sein seine ihr kannst eine operation kannst organe entnehmen einschläfern betäuben holzbein implantieren aktuell eher schwierig ne kannst irgendwie die augen rausnehmen und andere reinmachen also schon abgefahren kram wo ging das nochmal bock gut dass du gerade fraß man konnte ja anweisen das gefangene über überredet werden sollen wo ging das denn nochmal aktion geschichte ideologie muss man das immer bei jedem einzelnen machen ok das da gibt es noch eine kategorie so nach dem motto ok gefangene immer ich sagte blutmahlzeiten da bin ich schon halb neun haben auch mal ein bisschen schnell leute hier bäume martin geht schlachten sehr gut schlachten ist gut weil da kriegen halt nicht nur nicht nur zeug raus was man halt an fleisch verkochen kann sondern auch leder apropos wir könnten hier mal einen raum draus machen damit er überdacht ist aber dafür haben wir das holz gerade nicht also aktuell haben wir so ein bisschen nahrungsproduktion der reis sollte irgendwie so in nächster zeit noch fertig werden wachstumsrate ist gerade ganz gut ich könnte noch ein zweites feld anlegen mit mais oder so einem kram weiß zwar nicht ob die das von vernünftig geschissen kriegen zu bewerkstelligen aber warum nicht was bauen wir denn hier an kartoffeln ach so jetzt habe ich einfach random dieses feld gesetzt das setzen wir mal runter so ist doch gut nehmen wir noch dürfte ja so wollen wir was zu essen nehmen wir kartoffeln mais ich glaube das war es schon oder der rest baumwolle leute wie scheiße wir brauchen baumwolle erdbeeren ja erdbeeren können wir auch weiß bringt am meisten pro arbeit dann nehmen wir erstmal mais wir müssen aber scheiße wir müssen noch ein feld machen dann machen wir dann habe ich das gerade gelöscht brauchen auf jeden fall baumwolle wird hier auch irgendwann mal kalt ja heilwurzel brauche ich auch aber die können wir hier zumindest noch halbwegs finden also die gibt es nur diese wild heilwurzeln die sollen sich jetzt erstmal um solche sachen kümmern so forschung wer ist denn hier eigentlich mit forschung betraut forschen peter martin dennis werden hier überhaupt wie viel zu tun ganz schön wenn ihr irgendwie so eine anzeige über dem 1 2 3 4 12 jobs auch zwölf jobs der ist noch arzt könnte eigentlich peter forschen martin ist unser jäger der ist sowieso mal unterwegs peter ist eher bauen bergbau machen wir gerade ähnlich die können ich alle forschen ich will nur forschung tatsächlich ein bisschen reisende der fraktion durchqueren das gebiet vorstelle war hohen warte mal priorität eins wird zuerst erledigt priorität vier wird zuletzt erledigt dann machen wir bei dir mal eine 2 weiter müsste das doch immer eine 1 sein oder patient arzt das höchste priorität weil wir haben nur 1 also erstmal ok heute machen wir so bis 10 so holz sammelt sich langsam martin ist am forschen ist auch gut da habe ich auch da habe ich boden vergessen da seid ihr noch gar nicht ausgerastet ich schicke auch kein boden forschung hast du da schon irgendwas getan martin ein stuhl wäre natürlich ganz schön aber wir können kein stuhl 41 von 450 ja guck mal an fast 10 prozent können wir denn noch bauen was wir brauchen aktuell schlafen haben wir können wir einen tisch bauen schon mal stellen wir mal da hin oder naja hocker können wir machen dann ärgern die sich nicht immer so dass hier um boden essen müssen glaube die brauchen langsam ein bisschen bisschen chill faktor tierbetten bestimmt auch man die wirklich die pender sowieso bei dem raum oder kann es einfach sagen hier die schlafkiste das peters bett peter 200 warum kriegst du hier sagt der affe war von j nein wir schlachten nicht die hunde und fehlt euch denn hier eigentlich acht pilze aber gut haben wir denn hier in der umgebung wo ich gerade sehe da kann man schlachten was denn da los zack zack leute schlachten macht das bei schlachten sinn oh mein gott dankeschön klaus malzbier 10 abos da gelassen danke klausi mausi ähm das ist ehrlich wenn ich den lichter schon länger ach quatsch das kann man noch essen tot seit drei tagen verrottet ja das kann man noch essen ähm drei tage regel genau ähm okay hier haben wir zu essen ist gerade noch irgendwas anderes eingefallen ähm ach scheiß auf künstlertisch ey das kommt irgendwann mal strukturen aber säulen zäune brauchen wir nicht also man könnte jetzt man kann tiere zähmen und dann auch irgendwie vermehren und ne schlachten achso genau schlachten für immer das macht sinn damit die tiere immer geschlachtet werden die man dann hat also das wäre ganz gut äh strukturen möbel babyschlafplatz gibt es natürlich auch ach ja stimmt stürmen die hocker dankeschön die müssen ja niemals im stehen machen da könnte auch einer hin guck mal jetzt sitzen die da nämlich und erhalten sich noch nett bastian und peter wo reden die denn nita redete mit sebastian über lieblingsfrisuren guck mal das ist doch schön versteht sich nicht so ganz mit weiß ja gut das kann ich mir vorstellen jetzt die hunde da auch pennen ja guck mal der affe schläft in der kiste die hunde auch das ist doch schön wie geht es dir eigentlich sehr hungrig haben jetzt ist schon baumwolle anbauen ja ich habe dort meinen auftrag gegeben doch nicht so ganz ausgeführt worden vielleicht heute jetzt müssen wir nicht mehr im stehen essen die laune steigt wieder leute guck mal der sebastian ist schon fast richtig gut drauf da ist gerade jemand gekillt worden ernte verbockt nice scheiß auf essen denn es ist fleißig am forschen wir haben die hälfte von möbeln nein nix der notschlachtung ich glaube den können wir gar nicht also nach widerstand 1,2 auf 0 geändert wenn ihr den jetzt mal bitte konvertieren wir können hinrichten freilassen eine hämogenfarme draus machen what du kannst den echt einfach halten als oder blutmahlzeit sobald der hämogen spiegel eines blutsaugers einen niedrigen stand erreicht hat kann er sich an diesem gefangenen nähren wo wussten dann okay was glauben tun wenn ihr nicht will also wieder wir haben gleich 9 gleich ein kind wieso chillen die eigentlich alle gerade rum die schmeißen die schmeißen gar keine hufeisen die schmeißen steine ah danke patriot nessi ein abo geschenkt wie das schon eine sadistische Ader ja wenn man möchte was ist das denn einfache Mahlzeit enthält Fleisch wieso ist das rot ach die grünen sind vegetarisch die roten sind mit Fleisch ja okay warum baut hier keiner die Felder an ich sollte auch arbeiten Leute guck mal Sebastian ist schon am kochen jetzt ist Peter am forschen boah ja Martin Martin ist jetzt nicht so der Ernteboy aber der lernt ja noch eine Boomratte wurde zahm ach nee lol das sind die vier die wir das sind die vier die wir merken können ich dachte gerade so eine das ist so eine normale scheiß Ratte ja mega Training Training Finierbarkeit keine die Ratte kannst du nicht merken eine Boomratte kann man nicht merken scheiße ich dachte sie ist jetzt dann ist das nee die Wildnis entlassen Wilde Frau betritt das Gebiet was eine Person das wie ein Tier lebt hat das Gebiet betreten sie wird Wook genannt du kannst versuchen sie zu zähmen was was wir können die jagen wie ein Tier alter 16 mental abgestumpft mental taub aber freundlich hat so ein Tierschlachtruf Tiere 13 eigentlich ganz nice weibchen alter 16 ich finde halt weibchen weißt du so was ok ich würde die versuchen zu zähmen also dass die sie aber warte dann halten wir die ja nicht wie ein Menschen sondern wie ein Tier also ist sie dann anders als der Chinchilla da oder was das war Warnung wilde Frauen können wilde Frauen können angreifen wenn die zähmen schweig ach ist das schön ja ok wenn du sie zähmst wird sie ein Kolonist ja gut fuck the fuck ach dankeschön schnuffelfan oh neuer sub ähm von glg andrea dankeschön vielen dank ich hoffe wir haben noch ein bisschen Spaß hier ganz schwierig heutzutage alles was hier passiert repräsentiert keine Meinungsform äh von irgendwem aus dem team beats meet frauen cm naja was ist denn da jetzt los wer hat sich dem denn angenommen ach so die schlafen alle naja schlafen immer da brauche ich aber schon wieder ein neues zimmer dann mach mal hier unten dran ne quatsch dann bauen wir dann bauen wir gefängnis nehmen wir das zimmer also ne quatsch weil es braucht ja dann auch ein zimmer zweiter forschungstisch brauchen wir aktuell glaube ich noch nicht jetzt gerade forscht zum beispiel niemand äh zur forschung hat nur eingeteilt drei leute ja das stimmt Martin, Peter und Dennis gucken wir mal ob die alle immer beschäftigt sind also wenn einer forscht die anderen drei nix also die anderen beiden dann gar nichts machen Martin ist aber auch so ein eifriger arbeitstyp also ich Dennis hat den Widerstand des Gefangenen weiß gebrochen Rekrutierungsversuche werden eingeleitet aha so das heißt wir müssen anbauen jetzt schon äh wie weit geht denn können wir hier mal ein Gefängnis bauen wie sieht denn das hier eigentlich glaube ich würde das Gefängnis über hier bauen erstmal planen also wenn wir das hier hinsetzen dann haben die ganzen Leute die hier mal angeschissen kommen so eine richtig schöne Deckung ne das ist glaube ich nicht so gut hier warum eigentlich nicht aber hier kommt irgendwann mal Strom hin mach mal doch ach wobei weißt du was eigentlich ist das völlig egal machen wir hier so ein 5x5 Ding hin das soll ja kein Hotel werden dann und 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 führe fertig also hier zwischen Haus und Fels stimmt da können wir auch mal anfangen zu arbeiten denn machen wir das denn machen wir das denn ich würde sagen wir bauen mal alles ab öhh da Gestein abbauen alles bis ich mag die Engstelle hier also ich glaube ich alles bis ich hier weg mache ähm sollen die das mal alles abbauen dann können wir nämlich hier mal gucken dass wir da Dach drüber machen Dann machen wir die Lagerzone bis ungefähr hier unten. Dann haben wir eine überdachte Lagerzone für draußen zumindest. Dankeschön, Just Dennis. 17 Monate. Oldenburger hat auch Resub für die Zähmung. Achso, ja, stimmt. Wie läuft denn das hier eigentlich? Wo lebt jetzt einfach hier? Können wir die eigentlich auseinandernehmen? War schon abgeschlossen. Komplexe Möbel, Leute. Wir können jetzt Stühle machen. Geil. Was man sonst auch schon immer kann. Komplexe Kleidung. Nee, komplexe Kleidung wie Hosen, Staubmäntel, Kauberhüte. Wäre nicht schlecht für einen Winter. Kakao und Großbogen ist irgendwie Quatsch. Häufelsgarn. Nee, nicht so wirklich. Hier brauchen wir das wichtig. Wirklich? Das habe ich noch nie benutzt. Aber Bier, was bringt einem denn Bier? Ach komm. Sau, wenn. Ja, Steinbearbeitung. Ich weiß, es gibt so ein Schönheits- Hier, Attraktivität. Minus 15. Warum das denn? Attraktivitätsfaktor. Wird es bei dir aber auf der Map überhaupt kalt? Ja, ich glaube, im Winter haben wir minus 20 Grad. Wäre nicht. Minus 11. Ja, wird schon kühl. So, Öfen bauen und so weiter. Äh, Böden habe ich natürlich vergessen. Ach so, da wir jetzt Möbel produzieren können, brauchen wir mal ein bisschen, ein bisschen Holz. Denn, wir werden die durch Betten ersetzen. Äh, Nachttische würde ich noch nicht machen, auch wenn die ganz nett sind. Spielzeugkiste ist ja abgefahren. Chaos gar nicht. Bett aus Stahl. Nee, lass mal. Bett aus Holz reicht vollkommen. Ähm, die Betten werden wir auf jeden Fall machen. Nachttische, dann fühlen die sich halt in ihren Räumchen wohler. Ja. Oh, wir haben Weiß rekrutiert. Mensch, noise. Dann machen wir hier raus natürlich, äh, ne, du kennst das ja. Du bist ja mit dem Raum vertraut, also kannst du da auch dein Zimmer haben. Was machst du denn so eigentlich? Rolle zuweisen. Okay. Warte mal, hier. Peter musst du noch. Ach so, wir haben noch kein Ritt, Alter. Ja, okay. Was macht denn Weiß eigentlich? Oh, so, schon gut dabei. Ach so, du, du kannst natürlich auch, äh, arbeiten. Und auch ein bisschen frei haben. Endlich Stockholm-Syndrom. Ja! So, da kommt natürlich auch ein Bettchen rein. Babybett. Du brauchst aber kein Babybett, ne? Du bist sieben Jahre alt. Also, können wir die einfach überbauen? Ne. Wie viel braucht ein Bett? Äh, wo war, wo war Bett? Bett, Bett, Bett. 45. Äh, 270 Holz brauchen worden. Der nächste Kinderarbeit. Das macht er ja freiwillig. Guck mal hier. Lerndrang. 59 Prozent. Folgende. Aktivitäten befriedigen. Den Lerndrang des Kindes. Himmel beobachten. Über Funk reden. Auf dem Boden zeichnen. Beim Arbeiten zusehen. Guck mal. Am Unterricht geht mit nicht. Macht er alles freiwillig. Genauso wie er sich freiwillig unserer Kommunalisation angeschlossen hat. Äh, die. Egal. Ja, die. Das. Das Kind. Feierabend. Ne? Was ist überhaupt? Das weiß ist der mittlere Name. Kieh-Tempel. Okay, weiß. Damit weiß lernt, musst du ihm, musst du Freizeit nicht Arbeit zu weisen, sonst bleibt weiß doof. Okay. Aber was ist das denn? Entspannen? Oder einfach alles? Da kannst du ja mal ein bisschen hier, kannst du mal da ein bisschen helfen. Lol, das sind voll die Augen. Naja, ganz. So, dann kommt da noch was zum Leuchten rein. Damit unsere Gefangenen natürlich auch mal, äh, zufrieden sind. Machen wir da jetzt Nachttische. Ich glaube, die hatten irgendwie so Voraussetzungen. Brauchst du nämlich einen Nachttisch und Kommode. Ja. Sage ich ja. So, dann haben die ein bisschen schöneres Bett, äh, Zimmerchen. Regale sind übrigens besser, das stimmt. Und, die könnten wir dann später hier reinbauen, äh, achso, der hat ja hier alles fertig gemacht. Äh, die einzige Frage, die ich jetzt habe, wir können uns ja die Dächer anzeigen lassen. Warte, wo war das? Äh, da. Kann ich jetzt einfach hier sagen, mach hier ein Dach hin und dann gilt das nicht mehr als draußen? Ich glaube nicht, oder? Ich glaube, wir müssen hier wirklich... ...alles einmal zubauen, oder? Ja? Dach reicht? Okay. Dann können wir einfach sagen, Zone. Dach bauen. Weiß nicht, ob das überall geht, wegen, äh, wegen Säulen. Guck mal. Dach reicht nicht. An der engen Stelle eine Wand und eine Tür, dann ist das im Raum. Aber die soll ja offen bleiben, damit der Zugang hoffentlich eher als Raid Bar angesehen wird. Ich hätte nicht, wobei, ich werde eh nicht hier hinten verteidigen, das stimmt schon. Ne, da brauchen wir nicht. Ne, da brauchen wir nicht. Stimmt, einfach die Tür offen stehen lassen, damit die sich dann denken, Mensch, die doof haben einfach die Tür aufgelassen. Zweifel kann man ja auch die Tür weg machen, dann kommen die auf jeden Fall hier durch. Oder die haben Raketenwerfer dabei und bollern einfach durch die Wand. Das hoffe ich aber nicht. Was heißt, mhm, neuer Rekrut hat... Oh, wir haben Sommer. Der Sommer hat begonnen, Freunde. Das ist manchmal nicht so geil, weil wenn es dann warm wird, wird das Essen schnell und wir haben noch keine Möglichkeit der Kühlung. Ähm, ein bisschen schwierig. Guck mal, Jay hat sich einen Mittelnachtssnack gegönnt. Einfach mal keine Pilze gefunden, ne? Passive Kühlung hilft. Ja, da müssen wir mal einen Raum daraus machen. Wo waren denn das? Wo wäre denn... Die Hegenmarkierung? Okay, Stiele... Eierkiste. Ja, das brauchen wir noch nicht. Achso, Karawanen. Ja, wenn die vorbeikommen, können die sich gerne irgendwie hier sammeln. Das ist mir egal. Äh, Temperatur... Passive Kühlung. Ja, gute Idee. Es ist zwar dunkel dann da drin, aber... Hier gibt ja Wärme ab. Hässlich. Okay. Ah, der Lümmel frisst die fressen schon wieder auf. Die brauchen für die Reisernte aber auch echt ewig. Und Leute, warum schlafen die alle noch? Selbst schon wach? So. Ja, zack. Tür. Und... Darfst die Tür auch gerne zu Ende bauen. So, liegst du jetzt draußen. Können wir das nochmal sehen. Ich glaube, es müsste schon dabei stehen. Ein wilder Mensch ist hungrig und macht Jagd auf der Kiel... Äh, die Frau will... Die Frau will den Hund fressen. Die will Peters Hund fressen. Oh, oh. Machen wir dagegen was? Auf wem machst du denn jetzt Jagd? Auf der Kiri? Ähm... Also, jagen will ich die deswegen irgendwie nicht. Okay, wir wollen die echt verkloppen. Haustiergebiet können wir einstellen. Ja, stimmt. Äh... Wo wir dort denn? Schneeräumen. Loy. Als ob. Anbauzone. Dach bauen. War das nicht unter Zone? Lagerzone. Hallo, die will das Hündchen essen direkt hängen. Okay. Also, Peter gefällt das schon mal gar nicht. Kannst du denn irgendwas? Kannst du denn irgendwas? Schießen? 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 Treffen? Go for it. Go for it. Geh mal Peter ablösen, weil ich... Warte mal, kann ich Blut bei dir sorgen? Oh, ne. Wie geht es dir denn? Wie geht es dir denn? Du hast diverse Brüche. Das ist nicht so geil. Okay. Da geh mal back. Jawohl. So, Peter, du machst jetzt mal... Nein, nicht wirklich. Nein. Nein. Glück mich doch am Arsch. Peter hat nur noch vier Zehen an einem Fuß. Das gibt es ja nicht. Die richtige kleine Zehe ist abgeschlagen. Oh, Mann. Ey, da kann ich nichts für. Also, ich meine, das hatte Peter ja auch selber in der Hand. Er hätte mit der Keule ein bisschen kräftiger zuschlagen. Man, da hätte der noch alle zehn. Oh, Mann. Jetzt ist er noch ein bisschen am Bluten. Deswegen sollte man Peter vielleicht... Ach, scheiße. Wir haben sechs Kolonisten, ne? Dann machen wir da vielleicht erst mal ein Krankenbett draus. Peter hat vier zehn. So ist das passiert, Leute, ja. Irgendwer wollte Peters Hund fressen. Peter hat sich verteidigt oder den Hund verteidigt. So, Peter geht jetzt erst mal in den Bett. Mensch rächt sich? Ein wilder Mensch wurde verletzt und greift sofort an? Ach so, ja. Ganz am Anfang. So, Peter, kurier dich mal aus. Irgendwer... Wer wäre es denn hier Arzt? Peter. Ja, schön. 1. Warzten... Durchschnittlich relevante Fähigkeiten zwei. Vier. Vier. Äh... Wer war das noch? Ach, ja, Jay. Eieieieiei. Schade, ich hätte die gerne gezämmt. Ganz ehrlich. Oh, Schädel entnehmen. Das finden die bestimmt wieder alle nicht geil. Was machst du denn da eigentlich? Jetzt kritzelt er da im Essensraum rum. Der Kind. Macht das mal nicht. Nein, nix Schädel raus. Das machen die nicht. Da, guck mal. Sepp verarztet jetzt Peter. Wenn Peter ein bisschen Glück hat... Ist eigentlich noch Blut drin? Wenn Peter ein bisschen Glück hat... Ne, der C ist weg. Oh, ich seh das schon. Vielleicht, Leute, wenn wir irgendwann... Wenn wir es hinkriegen sollten, die Medizin so weit zu bringen... ...dann werden wir Peter den fünften C... ...an seinem rechten Fuß... ...irgendwann per Operation... ...wahrscheinlich wiedergeben können. Ein Schläfer. Gibt ein paar Möglichkeiten dafür, ja. Der ist cool. Ein Timberwolf. Wenn die sich dir einschließen, das ist nice. Die können aber im Kampf ein bisschen was. Die kannst du auch vernünftig trainieren und so. Guck mal, bis die Medizin. Wie sieht er eigentlich mit Beeren aus? Wenn noch haben wir Sommer... ...also sollten wir eigentlich alles an Beeren ernten, was wir kriegen können. Winter ist da nämlich ganz schnell eben. Bisschen mal auf Nahrung gucken. Hier baut immer noch keiner an. Oho. Was haben wir denn da gesehen? Heiliger Affe? Warte, 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 warte. Ich bin von heiligen Tieren umgeben. Glaube an ein heiliges Tier. Der Affe ist heilig? Wo steht das? Oh ja, klar. Retten darf der Affe natürlich nicht lernen. Tragen auch nicht. Ganz unten. Ah! Der Affe ist tatsächlich ein heiliges Tier. Ach du Schande. Boah, gut, dass wir den nicht geschlachtet haben. Eieieiei. Willst du Weiß Feldarbeit beibringen? Ähm, ja, wie bringt man denn überhaupt Sachen bei? Muss der die machen oder muss der dabei irgendwie zugucken? Sie. Ja, Entschuldigung. Weiß ist halt einfach neutral. Wir reden einfach von Weiß. Also, muss man dann sagen, Priorisierer anbauen? Oder wie funktioniert das? Was passiert, wenn man ein heiliges Tier schlachtet? Äh, ich glaube, dann sind die Leute einfach nur schlecht drauf. Also, dann haben die schlechte Laune, weil gefällt denen nicht, ne? Dann Peter zum Beispiel, dem gefällt gerade nicht. Weil dem gefällt gerade ziemlich viel nicht. Der hat einen gestörten Schlafgehalt, eine langweilige Krankenstation. Ja, das kommt halt noch. Ich lief in der Hitze. Oh, zurückgewiesen von Dennis? Ich dachte, Dennis, Dennis wäre bieter auch. Hast du selbst behandelt eingeschaltet? Äh, Dennis ist doch eine Frau. Ach ja, stimmt. Ja, das ist alles. Weiß nicht, ob denen das nicht schmeckt, dass ich ein heiliges Tier, also, das wird ja nicht schmeckt, dass ich ein heiliges Tier gegessen habe. Aber, was macht die beiden denn da jetzt? Ich bin jetzt hier Gespräche, wandert umher. Teile eines Raumschiffs sind in der Nähe abgestürzt. Ja, nice. Da kriegt man, äh, boah, wie hießen diese Teile noch? Nicht Eisen, sondern... Irgend so ein anderes, sehen wir ja gleich, wenn die halt abgebaut haben. Da kriegt man irgendein Kram raus, der ist nicht so häufig. Oh, guck mal, Silbererz haben wir hier, das ist gut, das Geld. Silbererz ist quasi Geld. Plaststahl, ja, ja, genau. Diese Komponenten, die man ein paar Mal braucht, die sind super selten, also, die kannst du nicht einfach hier aus dem Berg holen. Aber die kriegt man durch Abreißen, ich dachte, Abreißen zerstört einfach nur. Okay. Das ist ganz gut. Ist das ein Schwein? Ah, ist ein Warag. Schweine wäre nicht schlecht. Was haben wir noch für Tiere hier? Meerschweinchen. Eichhörnchen. Nashorn. Was da rot blinkt, ähm... Was meinst du hier? Das war irgendein... Weiß ich gar nicht. Irgend so ein Mech-Teil. Ein Exoschreiter. Ja, da war man... Also, ich glaube, das können... Können das Gegner sein? Also, wie so ein Mech. Warum das blinkt? Weiß ich nicht. Heiliges Meerschweinchen wäre lustig, ja. Ja, guck mal, Jonathan hat das jetzt abgebaut. Genau, da kriegst du sechs von diesen Bauteilen raus. Die sind ganz wichtig. Und 20 Eisen. Martin ist immer noch mit der Reisernte beschäftigt. So, Dennis ist am forschen. Das ist schön. Peter ist am chillen. Wegen seinen Verletzungen. Wie geht's dem denn? Eigentlich Verschiedenes. Alles verbunden. Sieht soweit ganz gut aus. Braucht jetzt einfach nur Ruhe. Ist natürlich scheiße im Sommer. Der liegt jetzt bei geschmeidigen 33 Grad. Im Moment drin sind 35 Grad sogar. Liegt der da? Hier im Raum sind 29 Grad. Also, etwas kühler. Warum stehst du da eigentlich nur rum? Toll, jetzt arbeitet der. Gibt es Selbstheilung? Ja, du kannst einstellen, dass die sich selbst... Also, wenn die eine Arztfähigkeit haben, kannst du sagen, die können sich selber versorgen. Sozusagen. Wie lehre ich dem jetzt solche... Was machst du denn jetzt? Wo willst du denn hin? Reißt du? Reißt das jetzt ab? Okay. Hallo, Seiner. Nashorn jagen? Nein. Die machen dich kaputt. Hengst Sam. Ich kriege die nicht durch den Winter. Also, wir haben noch keinen Stall oder so. Diese Boom-Dinger wären ganz schön. Mal gucken. Das ist so. Nächstes Jahr planen wir mal Tiere. Ich glaube, Dennis hat eine ziemlich lustige Stimme. Timberwolf jagt Jonathan. Das ist nicht gut. Timberwolf ist stark. Wieso macht er das? Das ist nicht gut. Die sind nicht schwach, die Viecher. Oder J-Lauf. Sehr gut. Und jetzt zurückhauen. Timberwolf rechts sich. Der hat angefangen. Da ist nichts abgetroffen. Handlung benötigt. Okay. Was hat er denn Sebastian abgebissen? Auch ein leichter Biss. Das ist okay. Also, nichts passiert. Wir haben jetzt Timberwolf-Fleisch. J-Wir wird benachteiligt. Hallo, der ist doch ausgewählt worden. So, ja, Sepp, leg dich mal da auf den Boden. Ach, stimmt. Ich wollte ja noch die Betten bauen. Fällt mir gerade ein. Die sollen erstmal den restlichen Mucks machen. Ach so, die Dunkelfackeln, da wir keine Pilze kriegen, können wir das, glaube ich, erst mal vergessen. Dann machen wir normale Fackeln rein. Damit die da ein bisschen Licht drin haben. Die Lagerzone können wir ein bisschen erweitern. Sehr geil, schön, wenn ihr das hier mal fertig macht. Dann haben wir schon wieder kein Holz mehr. Nee. Aber wir sollen doch Holz abbauen. Ja, mehr Bäume fällen, ich weiß. Nee, Mods habe ich noch nicht, Alex. Ich gucke mal, ob ich für Freitag diese Twitch-Chat-Geschichte mit reinmache. Was war mit den Betten? Ähm, die müssen noch gebaut werden. Dafür brauchen wir Holz. Und irgendwie fühlt sich gerade keiner dafür zuständig, Holz zu hacken. Peter ist außer Gefecht. Sebastian auch. Ähm, und die anderen haben gerade Chili-Milli-Zeit. Wenn Martin nicht Chili-Milli-Zeit hat, ist der entweder am Forschen oder am Ernten. Auch nicht so unwichtig ist. Wir haben nur sechs Reis noch. Also das Ernten zieht sich so lange, ähm, dass wir davon überhaupt nichts speichern können, weil die alle schon wieder wegessen. Wer hatte denn noch Pflanzen gut? Gut, wo ist denn Pflanzen? Ähm, Wald-Feldarbeit. Was? Drei. Eins. Zwei. Null. Nice. Die können halt alle nicht. Achso, ich habe das wahrscheinlich überlesen. Trotzdem. Ähm, ich habe da eben schon mal nach... Wie bringe ich dem, äh, Kindchen jetzt hier Sachen beim? Kann ich da auch irgendwie sagen, trainieren wie so ein Hund? Nein. Aufgabe. Was ist denn da? Gaura... Was? Gaura-Lahn-Kapsel aufgekeimt? Was ist das denn? In der Nähe ist eine Gaura-Lahn-Kapsel gewachsen. Ernte sie, um einen Gaura-Lahn-Samen zu erhalten. Mit diesem speziellen Samen kannst du den majestätischen Gaura-Lahn-Baum anpflanzen. Deine Kolonisten können sich mit Gaura-Lahn-Bäumen verbinden und sie dazu bringen, Ressourcen zu produzieren oder hilfreich hier Drujaden zu spawnen. Ja, ist klar, Leute. Jetzt Time for Ernte. Eine Schule bauen, ja, okay. Bauen, 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 bauen. Arbeit, Arbeit. Ähm, Schule. Die ist eher so außerhalb. Kinder kriegen ja woanders wird beigebracht. Äh, machen wir mal über den Boden. Machen wir mal so eine 4x5 Schule. Immer 6, 5x6. So. Dann kommt da in der Türe. Und wir haben kein Holz. Pax kann man auch aussuchen, okay. Ach ja, stimmt. Priest hat noch resubbt. Arthag seiner hat neu gesubbt. Dankeschön. Ganz, ganz übersehen. Ähm, vielen Dank. Auch ohne Prime sogar. Law of Fick. Und Peter C. Ach so, ja stimmt. Die Forschung. Ja, du hast vollkommen recht. Ich hab die Forschung höher bei Martin als Landwirtschaft. Mal so. Wer hat denn dann Forschung? Dann forscht Peter. 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 Kann ich überhaupt Möbel für ne Schule bauen? Äh, so mal gefragt. Peter ist vollständig geheilt. Sehr gut. So kann ich eigentlich über... Da eine Schultafel. Tatsache. Schultafel. Eine flache, steinartige Oberfläche auf, die mit Kreide geschrieben wird. Kann in der Nähe des Schultischs platziert werden, um die Lernrate der Kinder beim Unterricht zu erhöhen. Es können bis zu drei Tafeln gleichzeitig verwendet werden. Okay, wo ist denn der Schultisch? Ah. Okay, der braucht mehr Platz, als ich dachte. Aber wobei. Ein Schultisch, da passen. Eins, zwei. Vier Schultische passen da rein. Wir haben mehr als vier Kinder, aber wir ja sowieso erstmal nicht haben. Passt schon. Da muss ja natürlich auch Licht rein. Brauchst du ja auch beim... äh... beim Lernen. Stoppen. Peter ist vollständig geil. Sehr gut. Peter ist übrigens ein Buddler. Das würde ihm gefallen mit Gothic. Wir können Bier brauen. Also das werden wir auch noch nicht sofort machen, denn erstmal machen wir die vorigen Sachen fertig, aber... Theoretisch können wir eine Bierbrauerei machen. So, jetzt kommen wir zur Elektrizität. Wird ein bisschen dauern. Ähm. Aber sowas wie Batterien. Klima. Wo sind denn Windräder? Geothermie ist krass. Also die braucht man. Wasser... Wasserrad haben wir nicht. Äh... Todesschlaf. Biosprinieren. Ja, Solarmodule wären ganz gut natürlich. Äh... Aber fangen wir erstmal an damit. Ich weiß festgelegt. Elektrizität. Forschen. Windkraft ist sehr klar. Ja, mega. Ich dachte, dein Stamm hat... Ja, nicht von Anfang an. Aber die können ja forschen. Das können wir ja noch in Erfahrung bringen. Achso, Sepp ist immer noch im Arbeitsrausch. Krass. Oh, Sepp ist nicht mehr im Arbeitsrausch. Schade. Achso, die Zone können wir mal erweitern. Ja, ich seh das auch schon hier. Guck mal, guck dir das mal an. Schaut einem Arbeiter zu. Weiß nicht, ob das jetzt so gut ist. Das weiß ich so an J ranhängt. Aber hey. Kannst du was lernen. Am Holzer. Also so langsam läuft's. Aber ich muss sagen, mit Stämmen dauert's irgendwie sehr lange. Du musst immer tausend Sachen gleichzeitig machen. Aber geht nicht. Eigentlich müssten wir noch eine Medizinproduktion haben. Eine Bierbrau... Achso, warte mal. Bierbrauern was? Können wir denn da eigentlich machen? Begehrbottich. Ein Fass zum Gären von Bierwürzen, um später trinkbares Bier zu erhalten. Dann müssen wir wahrscheinlich Hopfen anbauen. Schlechtes... Ja... Oh, nicht so groß. Bisschen, bisschen Hopfen geht, ne? Klein bisschen. Gucken wir mal eben. Äh, Hopfenpflanze. Schöne Nutzpflanze, die Hopfen hervorbringt. Hopfen ist eine wichtige Zutat für Bier. Ja. Irgendwann mal. Nein, die Twitch-Mod ist nicht aktiv. Das ist von den gleichen wie Prison Architect, nee. Sieht vom Stil, ja, ist vom Stil sehr ähnlich. Optisch. Also, 100 pro. Ähm. Da sind Töfte eingestellt. Echt jetzt? Nee, mach mal nicht. Noch mehr Arbeit können wir grad nicht brauchen. Übersinnliche Beruhigung. Männlich. Das ist nice. Deine männlichen Kolonisten lächeln zufrieden. Eine weit entfernte Maschine des Glücks rührt sich. Über einen Orbitalverstärker projiziert sie ein übersinnliches Brummen an diesen Ort. Auf einer Frequenz, die scheinbar nur das männliche Geschlecht erfasst. Die Stimmung einiger Kolonisten wird sich über die nächsten Tage deutlich verbessern. Ach, das ist schön. Das nehmen wir gerne. Was denn Töfte? Ein Schatz. Ah, Torfellen. Nee, den Samen haben wir noch nicht geerntet, ne? Das ist auch wieder so. Sachen, die, äh, alle noch ausstehen. Heute, warte mal doch. Kann ich auf Pflanzen ernten klicken? Ah, nee, entfernen. Nee, wird noch. Wird noch. Komm mal. Oh, warte mal. Hier ist Maschinenreste. Nice. Das ist nicht so häufig. Aber ich hab hier, warte mal, wir können mal kurz gucken, ob hier, äh, die kann man zwar auch frei buddeln, diese Gebiete, wo dann die Bösen drin sind, aber ich hab noch keine andere, also ich hab noch keine andere Tür gesehen. Ich mein, ich hätt aber auch schon mal eins gefunden, weil von so Kryo kann man. Da is' er. Da is' er. Das kann nicht sein. Jetzt nachts. Dennis hat einen neuen Gesundheitszustand. Herzinfarkt. Die Ursache dafür war eine Arterienverstopfung. Schlecht. Kann man da irgendwas machen? Also ich, ich seh' mich noch nicht, dass wir so ein kranken Zimmer haben, wo wir jetzt eine OP an einem offenen Herzen durchführen werden. Ziel in Betracht, die Infiziertkörperteile zu ersetzen oder zu amputieren. Ja, ey, kein Problem. Operation, Aufgabe. Äh, Herz können wir nicht entnehmen. Zunge lieber, linke, rechte, Niere, rechte oder linke Lunge können wir wegnehmen. Die haben jetzt. Dennis kann wieder laufen. Das ist gut. Ei, 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 ei. Ist der Nächster ans Bett gefesselt. Beim nächsten Raid einfach ein Angreifer das Herz klauen, ja. Kannst du das auch jetzt schon machen, kann nur halt schief gehen. Oh, was? Sebastian ist kein Tier. Der hat einfach nur Katzenohren. Das wäre ich irgendwo angezeigt. Glaube nicht. Der hat Katzenohren und, äh, ich glaube, Peter hat, ähm, Peter, ah, nee, Quatsch. Martin wollte ich eigentlich mal so schlabber Ohren geben. Ich glaube, Peter hat Schweineohren. Wie geht's, Peter, eigentlich? Hämogen ist okay. Ach, das können die sich ja noch, können die sich das ja alles nehmen. Achso, Bierbrauen. Äh, wenn man dann die Pflanzen hat, zum Bierbrauen, dann hat man nur den Gearbot. Oh Gott, ich weiß nicht, was ist denn jetzt schon wieder los? Oh, no. Dennis ist gestorben. Ein Herzinfarkt ließ denis zusammenbrechen. Ein Herzinfarkt löst über denis einen Kollaps aus. Ein Herzinfarkt kostete denis das Leben. RIP-Transplantation hat sich erledigt. Er muss erst mal wieder eine Grabbuddeln. Das ist ärgerlich, aber das war leider absehbar, weil von Anfang an schon äh, die, ähm, Herzverengung war. Wo, Krab? Entspannung. Ja, diverses. Hab ich das vorhin gemacht? Ärgerlich, ärgerlich. Schädel, endlich. Sollte sein Grab nicht irgendwo besonders stehen? Warum? Das wird dir nicht stören. Nein, wir werden ihn nicht für Nahrung schlachten. Das gefällt den Kolonisten doch nicht. Das mögen die nicht. Oh, Essen sieht schon wieder richtig glorreich aus. Ja, der geht buddeln. Okay, der geht nicht buddeln. Oh, warte mal, können wir da neuer CFP da machen? Das sind gar nichts entnehmen. Also den Schädel kannst du dem entnehmen, aber wüsst du jetzt nicht, wie man da einzelne Cover-Teile abmacht. Junge Landstreicher. Um das Ritual zu starten, musst du ein Fokus-Objekt auswählen und auf Starte Grabrede klicken. Folgende Fokus-Objekt. Gerade mit der Leiche von Dennis. Ja, dann sind wir gerade dran. Organe kann man... Ach ja, stimmt. Nur das Leben, dann macht er mich Sinn. Weil das ist ja ein Zeh, ist ja kein Organ. Priorisier mal das VR-Ding. Kann man dir fürs nächste Mal Vanilla-freundliche Quality of Life-Mods empfehlen? Nikolai, dankeschön. Nikolai, Rudolf, 95, sie hat 5 Zabs vergiftet. An euch. Vielen Dank. Und an uns. Ich weiß gar nicht, wofür brauche ich denn die Mods? Also, schreib mir die einfach auf Twitter, wenn du kannst. Dann gucke ich mir die Venture mal an. Also, dann gucke ich mir die mal an, bis morgen. Morgen gucke ich mir die an. Bei Freitag machen wir weiter. So. Wie können wir das denn jetzt hier machen? Starte Landnehmer Briesche Grabräder. Redner. Achtung. Wollte am besten von einem Kolonisten ausgeübt werden, der die soziale Rolle kollektiver Priester erinnert hat. Hat aber keiner. Wie nett von euch. Weiß. Oh, Vanessa 6, na, hat auch nochmal 10 Abus teilgelassen, sehe ich gerade erst. Dankeschön. Insgesamt 20 Abus an die Community verschenkt und natürlich auch noch. Vielen Dank. Also, es gibt keine Änderung. Wir haben keinen moralischen Führer. Ja, Moin. Was ist da los? Bob weiß denn auch? Ja, Tatsache. Boah, 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 boah. Das ist jetzt los. Ein Vag ist hungrig und macht Jagd auf Marina. Der heilige Affe ist tot. Das ging jetzt sehr schnell. Was ist denn hier gerade los, spirituell? Also, ja, Moin, da, guck mal. Gebunden ist Till Marina ist gestorben. Minus 8. Und dann nochmal jeder minus 5, weil der heilige Affe gestorben ist. Oh. Hat er das jetzt einfach so gekillt? Frisst das doch wenigstens. Gnade gefressen. Misa-Wag, ey. Entwicklungspunkte von 0 auf 1 geändert. Grabräder. Ah, das war ein gutes. Die Beerdigung war gut. Die abschließenden Worte des Redners motivierten alle Beteiligten nicht aufzugeben. Jeder, der an dem Ritual teilgenommen hat, erhält plus 5 Stimmung. Aufgrund der folgenden Faktoren lag die Qualität bei 68%. 4 von 10 Teilnehmern, 8, naja, gesehen, die Rehawattung, 30. Seine Entwicklungspunkte haben sich um plus 1 erhöht. Also ich habe jetzt hier einen Reformpunkt bekommen. Die Entwicklung der Ideologie kostet Entwicklungspunkte. Du kannst Entwicklungspunkte sammeln, indem du Rituale und Quests abschließt. Mit genügend Entwicklungspunkten kannst du die Ideologie reformieren und neue Glaubensgrundlagen, Gebote, Stile und so weiter hinzufügen. Okay. Also jetzt noch nicht. Wir haben ja auch ansonsten noch gar nichts. Also wir müssen auch noch eine Kirche bauen. Risiko eines Zusammenbruchs. Ach, schon wie jeder. Oh, vielleicht wird Arbeit mit den Pflanzen. Schweine schließen sich. Alter, was? Was geht denn mit den Tieren? Wir haben jetzt zwei Schweine. Sau eins und eber eins. Oh mein Gott, wir können Schweine züchten. Das ist ja der Wahnsinn. Äh, Zaun. Brauchen die so einen Unterstand. Also wir können ja erst mal hier so einen... Also wir können ja erst mal hier so einen... So, und ein Zaun-Tor. Also muss ich denen jetzt hier so eine Scheune bauen oder sowas? Oder läuft das über Säulen, dass die überdacht sind? Ja. Na ja, für das Gehege muss ich auch. Gehege größer. Ach Leute, da ist doch Bodenhaltung. Ne, da kommt die Geothermie hin. Das ist auch nicht geil. Äh, kann auch komplett draußen sein. Aber wollen wir nicht einfach so, damit die sich auch irgendwie unterstellen können, irgendwie so ein... Zumindest so ein kleines Ding irgendwie machen. Ich weiß, jetzt können wir uns den Zaun sparen. Gehen wir ein bisschen weiter runter. Äh, dann machen wir ein bisschen hier. Ja, da ist auch Geothermie, das ist ja abgefahren. Gehen wir ein bisschen weiter runter. Okay. Okay. So. Machen wir das denn dann zu und da einen Eingang rein? Zone. Ja, irgendwo gab es diese... Dach, Schnee, Boden, nee. Was war das denn? Diverses. Sarkophage, Eierkiste, Gehegemarkierung. Mittelgroßes. Mittelgroßes Gehege, Beispieltiere. Okay. Da passen nicht ganz zwei Kühe rein, vier Ziegen oder sechs Hühner. Und dann eine Tierklappe. Okay. Äh, wo war die denn nochmal? Ja, haben wir mal gesehen. Da. Ach, die wird aus Leder gemacht. Äh, was haben wir denn am meisten? Das ist Dünnleder, glaube ich. So. Also brauchen wir wieder mehr Holz. Was hat Jonathan denn da vor? Führt Ebert zu Karawanensammelplatz. Achso, ja, mach mal. Antiker Mech? Wait, wait, was? Okay. 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 Das machen wir. Zukunfts Christian, der sich damit beschäftigt. Okay. Äh, Holz. Holzaaam. Wobei. Ah doch. Explosionen. Explosionen. Ja, Explosionen sind was Gutes. Ich weiß. Aber in dem Zeitpunkt nicht. Ah ja, das gehört jetzt auch zum Gehege. Ja, nice. Was? Dann werden die zumindest irgendwie eine Überdachung haben. Das ist schon ganz gut. Eh, Sepp, du musst nicht fegen. Vor allen Dingen nicht auf Dreck. Scheiß auf fegen. Was machen wir denn hier fegen? Reinigen. Reinigen ist scheißegal. Transport. Kunst. Auch Quatsch. Schneidern kann wichtig werden. Schmieden. Waldarbeit. Wettruhe. Kinderpflege. Hilfsarbeit. Oh, komm. Passt. Ich bin selbst immer noch am Fegen. Was machst du denn da? Höhen und Entfernen. Schmutz im Heimhahngebiet. Du musst andere Sachen machen. Hier. Das ist alles drei. Waldarbeit. Wer war denn da der höchste? Vier. Drei. Forste. Zwei. Eins. Achso, ja. Aber Martin soll ja den Kram machen. Feldarbeit. Wer war denn da der höchste? Da haben wir halt sonst keinen, der da irgendwas machen kann. Deswegen muss Waldarbeit dann halt der Jonathan machen. Oh, Klingon. Dankeschön. Abo verschenkt an Florian. Ja, ich weiß wenig Nahrung. Wir müssen doch schon wieder Tiere farben. Ah lol, da hat er die jetzt festgemacht. Damit die nicht wegrennen. Direkt neben so einem Waag. Okay. Gut. Äh. Jäger ist natürlich auch Martin. Ist, äh, super. Äh. Was nehmen wir denn? Männlich, weiblich, männlich, weiblich, weiblich. Hast du ja Jäger. Ach Gott. Da kann ja auch wieder keiner. Doch. Jonathan. Der macht das. Bauen, würde ich sagen. Äh. Gleiche Prio, aber machst du auch. Der arme Dennis hat einen Herzinfarkt gehabt. Konstruktion verbockt. Nice. Wir haben es ja mit dem Holz. Achso, das war das siebenjährige Kind, weil das verbockt hat. Ups. Da liegt da. Kann man wieder öffnen. Ja, vielleicht. Geil, da ist ein bisschen Mais angebaut, ne? Immerhin. Ich finde es geil. Weiß baut einfach, also baut einfach ihre eigene Schule auf. Muss doch erstmal machen. War es denn echt die Arterienverstopfung? Ja. Damit sind wir ja gestartet ins Spiel, das ist eigentlich kacke. Da ist dann relativ schnell Ebbe. Es rennt hier ein Meerschweinchen rum. Jagen. Oh, das wäre cool, wenn du da stehen bleibst. Higoya. Danke für den Raid. Hallo. Ich bin gerade noch bei Rimworld dran. Wir machen das so ungefähr 20 Minuten. Bisschen noch. Hallo Raiders. Also wir sind zu fünft gestartet, haben uns ein Kind entführt. Nein. Wir haben es nach mehrtägigem, guten Zureden davon überzeugen können, sich uns anzuschließen. So. Dann ist der Dennis gestorben. Was ist denn jetzt hier los? Äh. Haben die? Die haben zusammen... Die kloppen sich. Jay und Sepp kloppen sich. Oh, Leute. Warum denn? Ja, nice. Jetzt habt ihr euch ein bisschen auf die Schnauze gehauen. Jetzt gehen beide wieder. Oh, jetzt müssen die erstmal wieder verarztet werden. Während das achtjährige Kind... Nee. Zehnten Leute, die ist schon zehn. Ey, wie schnell... Wie schnell werden die denn älter? Ist doch nicht schon ein Jahr rum. Wir haben doch noch nicht mal Winter gehabt. Oder war die älter... Nee, die war noch sieben. Was sind meine Fähigkeiten? Äh. Äh. Ich war gnädig. Du hast zumindest nicht wie Peter Schweinehohr gekriegt. Äh. Was hast du denn Schönes? Äh. Du bist... Also ich... Die haben leider, nachdem man die Charaktere erstellt hat... Äh. Du kannst Feuer spucken. Wenn dat nix ist. Und weit springen. Pira ist er auf acht. Mental abgestumpft. Und Stubenmocker. Was willst mehr? Jeder hat nicht ganz so gewerfisch, glaube ich. Jeder ist... Ach ja, der ist unser depressiver Vampir. Wunderschön. Wunderschön hat Schweineohren. Ja. Konstruktionen Bergbau ist tatsächlich wichtig. Ja, du hast dich gerade mit Sepp geschlagen. Es ist... Und irgendwie will keiner die Betten bauen. Und der Zehnjährige... Der entführte zehnjährige Kind muss sich jetzt selber seine Schwule zusammenkleistern. Weil dann irgendwie sonst keiner für nötig hält, die Sachen da aufzubauen. Aber er ist fein gemacht. Weiß. Dennis... Achso. Dennis ist leider eben gestorben an einem Herzinfarkt. Der hatte... Die hatte... Ich kann das doch irgendwo nachgucken. Ich glaube nicht, oder? Das ist doch in der History. Da. Ursache war Arterienverstopfung. War belastend. Aber ich weiß... Dennis war unsere, ich glaube, 54-jährige Frau. Ich weiß nicht, ob da Kinder noch so drin gewesen wären. Aber es ist natürlich tragisch. Martin, der absolute Topjäger. Achso, ne. Der ist gerade am Anbauern. Der ist auch gut. Der braucht nur ungefähr 54 Fallschüsse für so ein Meerschweinchen. Was ist denn jetzt schon wieder? Riesenkorn des schweren Zusammenbruchs. Was ist denn los da? Unterern... Achso! Dein heiliger Affe ist auch gekillt worden. Das ist ein bisschen blöd. Weil unsere Religion ist gestartet mit einem Affen, der war heilig. Und als gerade die Grabrede gehalten wurde für Dennis, hat sich der wagt gedacht, ich snackis den heiligen Affen aus dem Leben. Das fand Jonathan nicht so schön. Hier, heiliger Affe gestorben. Achso, warte mal. Irgendwer muss Priester werden. Das finden die alle gerade nicht so geil. Wer wird denn hier Priester? Achso, wir brauchen ja erst ein Altar. Wir müssen erst die Kirche bauen. Oh. Oh, weißt du was? Wir bauen so eine Kirche hier rein. Ach, der guckt bestimmt auch nicht. Äh... Pass auf, Gestein abbauen. Wir machen die Kirche hier rein. Also ungefähr... So, dann setzen wir da natürlich noch Säulen rein. Moment. Das geht nicht. Das geht nicht. Äh... Äh... Wir haben den höchsten Sozialwert. Ja, Sozialwert bei uns natürlich groß geschrieben. 0... 1... 2... 0... 2. Sebastian ist unser Priester. Oder... Alderwinde, so ein Sche... Wir werden schon wieder überfallen. Ach, leck mich doch. Wir nehmen das 10-jährige Kind. Das wird unser Priester. Ja, moi. Oh, scheiße. Jetzt habe ich das weggeklickt. Ich wollte doch gucken, von wo. Oh... Scheiße, dennis ist weg. Das war unser Fernkämpfer. na geil jonathan geht es wieder richtig gut den lassen wir jetzt verspucken freunde schneller waren drei glaube ich wenn jetzt mal die fähigkeit benutzen hier da martin go gadgetrohr und stachel hast du da musst du sehr nah dran sein er ist zu langsam ok der erstes weg da ist ein toter oder noch mehr da wurden noch drei richtungen angezeigt oder nicht war nicht drei leute also ich will jetzt mit j natürlich kein feuer in die richtung schießt naja verbrennt während im kranken welt nicht du musst doch mal ins bett dich behandeln lassen verdammte kacke das wird gibt kein bett was hat er denn a triviale unterernährung eine bistnabe sind nicht so anstellen weiß hat gleich die gesamte schule fertig gebaut und kümmert sich jetzt um die ernte natürlich ja das stimmt den löschschaum martin hat er nicht denn es hatte den ja das kann sein hat mir gleich jemand verhungert aber der eine geht nicht jagen obwohl da irgendwie die prioris hat er nicht noch mal jagen 1 bären bären freundosen bieren erstmal wieder schlafen angesagt problem ist aber auch dass ständig irgendwer kaputt ist und deswegen nicht arbeiten kann dadurch sinkt die produktionsleistung direkt wieder richtig krass jonathan ist verletzt sepp ist verletzt peter ist verletzt denn es ist tot ja am meisten arbeitet aktuell der 10 jährige kind und martin macht peter denn da so hat er denn den minenarbeiter dahin gelegt der bär hat ein viech weggesnackt worauf schießt du denn jetzt ach so die schweine rasten auswild auf dem meer schweinchen schießt ja irgendwann ja jetzt sieht er warum wir verhungern oh man jonathan versuchte weiß zu seiner ideologie zu bekehren weiß glaube es von 100 auf 96 prozent gefallen ob der zepter mit gefühl martin frisst das konsumiert der frisst den minenarbeiter ok event schmeckt wie viele daran zu knabbern hat glaubenskrise von jonathan der geist von jonathan wurde gebrochen das ergebnis ist davon dass er jetzt erst einmal alles in frage stellt glaube wurde reduziert und mit seinem glauben eingelang zu bekommen versteckt sich jonathan in seinem raum der auslöser war irgendwie hat manche menschenfleisch gegessen ach komm er jagt immer noch mehr schweinchen er hat doch nix nix wahnsinn ein treffer was so schlachten gehen das sieht ganz ganz böse aus wir haben nix zu essen werden auch nix kriegen also alles ja guck mal los nix weiß ein bisschen verwirrt schlechte laune weil er am vorhungern ist ich aber wie gesagt auch teilweise daran dass irgendwer immer im krankenbett liegt und dann nicht arbeitet selbst zum beispiel ist koch warum warum schlachtet das ist keiner schlachten wieder was anderes gehört dazu kochen der kreaturen schlachten macht natürlich keiner doch selbst wach geworden er wird geschlachtet da wird einfach nur das zeug gegessen neues am anfang am besten reis anpflanzen weiß ab reis schätze also ich habe fast das gefühl dass ich die prioritäten hier so gemacht habe dass dadurch vieles kaputt gegangen ist große tiere werden einfach getroffen ja und große tiere machen dann martin kaputt der dann auch im bett liegt also selbst ein bisschen verwirrt also jetzt beispielsweise sagt okay wildtiere was haben wir hier am großen grizzly ist vielleicht ein bisschen krass so ein mega folgt hier macht schon richtig aber aber ordentlich fleisch große tiere nicht alleine sondern mit der gruppe ja ja der ist noch nicht tot glaube ich ihr schläft noch also man könnte mal versuchen das kaum ausprobieren kommen wir können tatsächlich mal versuchen mit allem an was wir können nicht angreifen wieso nicht ja also man kann es ja rechtsklick drauf machen ach so ja das übrigens unsere gesamte gruppe weil peter ist verletzt die sind verwirrt also bleiben nur noch martin und johann ab oh shit jetzt kämpft alleine der alleine dagegen martin das finde ich ein bisschen doof dass du dir nicht sagen kannst du bleib doch mal in reichweite sondern die bleiben dann einfach stumpf stehen martin ist heute hat leichten stich ja jetzt noch feuer spielen können jace guck mal ob er stimmt lass uns das mit dem mal ausprobieren dass ich royalty nicht habe das ist ja ausschließend hast du eine wurst gefunden das ist gut wurstkrise verhindert also auf vereinten kräften und kepp planet passiert jetzt die sind aber auch schweine langsam er muss man ja mal für ich meine ok johann ein bisschen verletzt eingebrochen ob er so auf ich hab doch mal stehen am besten ja so martin laufen ich weiß nicht ob du da wir will sollen bruch da ist hals rechts auge rumpf verbrannt das problem ist jetzt also jetzt brennt natürlich auch meine meine umgebung aber was macht man nicht alles so jetzt jay tu was jay's down martin auch das wird nichts guck dir das mal an bei all dem kram kann sich das immer noch zu 53 prozent bewegen also diese dinger sind einfach zu krass aber auch schnicks ich habe die fallen werden da auch nicht so viel machen außer dass diese also die werden auf jeden fall wird das vier irgendwie kill deswegen die großen halt schwierig das problem ist die boomer lob die explodieren also ist sonst nix aber auch der grizzly bär oder fährt pferde des freundes jetzt gehen erst mal schlafen das ist halt so das problem auch gott der grizzly kommt bitte lass dir nicht hungrig werden da snack dir snack dir wug die tote wachforscherin die kannst dir die kannst du gerne genehmigen besessen von leichen nice martin ist innerlich zerbrochen und an einer obsession für leichen entwickelt er wird eine leiche ausgraben und sie öffentlich zur schau stellen die ist geschaut aufgrund von schlechter laune schön über den ist vielleicht doch noch mal zu sehen übergeschnappt besessen von leichen wird machst du denn da jetzt der bull den anderen aus poppontius poppitz jawoll war das jetzt mit poppitz vor martin ich habe so das gefühl eine religion wo leichen irgendwie nichts schlechtes sind ist gar nicht so verkehrt weil was machst du denn da jetzt jetzt hast du einfach da hingepackt ok ok wie ist das erste mal rimworld nein schlachte die schweinchen wenn es gar nicht anders geht ja die würde ich gerne züchten aber hey martin das ist unser letzter jäger der ist verrückt geworden der ist verrückt weiß geht es auch nicht mehr so gut also jagen ist nicht mehr jeder kann ich jagen monaten könnte noch aber eigentlich wäre ganz gut wenn man hier über diesen feldern meine anzeige hätte wie weit der reis ist und nicht irgendwie alles einzeln anklicken wenn wir ganz cool das zu wissen wo wir eine kolonisten jäger ohne fernkampfwaffe und in der info vom feld echt jetzt aber ich kann das feld doch nach pflanzen durchschnittster stimmt weiter der ältesten pflanze 77 7 johann hat bogefreunde ok johann hat geschlafen ich habe gehört oder er hat den hengst das könnte schwierig werden aber hatten mit schnitt schnitt am linken auge jonathan ist natürlich ja moin den hals und jay selbst versorger der trifft viel besser stop wir brauchen den hengst sonst sonst tot nein nicht in den berg schießen jawoll tot in sieben stunden also in sieben stunden ist das viel so oder so tot fünf stunden was soll denn jetzt oh gott grüß lieber greift gerade den nächsten hund an ja kommen dann pech gehabt das ist die natur da kannst nichts gegen machen ich gehabt der hund ist tot jay was machst du denn jetzt achtet ein eichhörnchen der jagt ok es war der beute lässt das pferd einfach ausbluten mal könnt ihr den ich mal hier irgendwie verbuddeln gehen soll denn ich kann nicht anklicken wenn man den beerdigen soll haustiere scheinen nachteil zu sein ja die heben halt schon die stimmung brauchen aber natürlich auch essen und ist dann blöd wenig sterben problem ist peter wird jetzt schlachten macht er irgend so ein zeug raus dann nimmt er sich davon ein bisschen warten dann ist er macht er nicht machst du denn das ist keinen freien sagt natürlich zwei stück also du kannst schon mal sagen jo leute das wird euer sagt glaube ich aber ich kann ihnen nicht sagen dass die die dass die dass die den wieder eingraben sollen starte eine führungsrede verweigert transport achso doch der kann ja wieder werde ich okay tough times aber da muss man durch sonst wäre es auch zu leicht so was macht ihr jetzt landen hat auch irgendwie keiner bock drauf ein bisschen holz wahnsinn er hat ein bett gebaut leck mich doch ok jonathan das fährt jo oh oh ok wo ist der wo ist der hin scheiße hat jetzt irgendein anderes tier das pferd gefressen müssen der blutspur folgen oder haben die sich das geholt hat er nicht gerade einer angefangen zu schnitzeln der tote fährt ist nicht mehr da oh nee da doch hier pferdefleisch haben die schon gemacht oh ich hab echt schon gedacht essenszeit guck mal jonathan kann es gar nicht abwarten jeder ist jetzt hart am kochen na siehst du da lügt der ase doch schon wieder jetzt haben wir noch ein crazy eichhörnchen das war gar kein problem ist das bett fertig für sepp jawoll dadurch leute mit den betten geht es aufwärts behandlung benötigt leute greift das kind an ach komm machst du den überhaupt da unten nein 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 laufen laufen als wenn du jetzt von einem eichhörnchen gekillt wird immerhin okay ich höre nicht erfasst unser kind gekillt so essen haben wir zumindest ein bisschen das sieht nicht gut aus weil das ist wirklich wenig die essen ja auch zweimal am tag da kommt der nächste eichhörnchen sorgen geht denn jemand verarzt macht jonas haben denn da jetzt ja handelt sehr gut da kommt die erste reisernte ja immerhin warum machst du das ach so hey wieso nimmst du ja nicht medizin dafür ja moin guck dir das mal an wie es das eichhörnchen mit dem kind gemacht hat ich stimme dir zu den auch wieder eingebuddelt langsam wird er mal wieder verordnung gesorgt jeder ist am ernten johann macht martin der jagt die pferde ja schon verletzt jonathan hilft hat er macht das andere ok das ist ja noch besser shadow danke für 31 monate im subscription modus heute selber remote gold ist schon so viel quatsch passiert ja das stimmt ja ich würde auch sagen dass wir da remote weiter spielen ich will ja ein bisschen weiter kommen wir sind ja noch echt am anfang muss aber sagen der anfang als stamm war jetzt so ganz nett dass fünf startes aber der absturz ist halt schon ist halt ein bisschen weiter direkt ne fängst du mit der forschung noch weiter hinten an fand ich jetzt nicht besser muss ich sagen so jonathan ist wieder geheilt immerhin hat er denn jetzt wirklich zumindest immerhin immerhin nicht dachte hier hat er jetzt so ein merkmal dass er irgendwie gerne leichen ist oder so ja als nächstes brauchen wir holz das heißt wir müssten eigentlich mal so ein bisschen wieder die arbeitsplanung umstellen ich weiß aber nicht mehr weil ich da gerade umgesteckt habe kochen sebastian kann kochen martin muss nicht kochen wald arbeit wald arbeit kann der peter machen ja also weil du so grafst wegen base bauen eigentlich kann man dann also bei dem bei dem feld nicht unbedingt hier muss es auch nicht aber du kannst halt auch so ein wall bauen und damit wenn du leute wenn leute dich angreifen gerade auch am anfang haben die noch nicht die möglichkeit irgendwie deine wände kaputt zu machen also wenn ich die tür hier weg machen würde und und den wall irgendwie herunter ziehe dann müssen ja hier durchkommen oder hier dann machst du so ein nest hier hin und kannst du dann von da aus beschießen gibt ja auch schusswaffen geht dann schon ein bisschen besser wahnsinn ich habe gleich felder ist ja krass kannst du ihn aber nicht verübeln in den leuten da dass die damen durchdrehen sind man muss ja bedenken die haben geschmeidige das kind hier hat ein lebensmittel vergiftung also ich sag mal unsere kolonie ist jetzt irgendwie noch nicht so ganz mit glück gesegnet kühlung hat kein holz macht martin denn da jetzt schon wieder allein lasst die leichen stecken ach ja ach so leute das begrafen denn es besucht was ist denn eigentlich mit den aus den pferden geworden leute die ach ja deswegen haben wir so viel fleisch okay kann selbst erstmal ein bisschen kochen meist kommt auch rein das war putzen in der küche theoretisch wenn die nichts anderes zu tun haben ja alle zwei also die zweite reisernte ist sehr viel besser da kommt jetzt noch ein bisschen was bei rom da kann der sepp erst mal ein bisschen was zu kochen das gut so dann würde ich sogar fast sagen dass peter oder jonathan egal wer da wer da von den beiden etwas firma drin ist wird jetzt mal anfangen hier mit waldarbeit peter hat eine vier jonathan hat eine drei also peter immer waldarbeit machen ja hier geht es wieder bergauf also muss ja auch langsam aber auch wir haben schon 22 15 ja wir machen freitag auf jeden fall weiter um sechs uhr wird es los ich werde allerdings nicht um punkt 6 uhr hier sitzen und anfangen rimworld zu spielen also ich werde schon um sechs uhr hier sitzen aber wenn ihr erst ein viertel nach sechs oder so dazu kommt ist auch nicht schlimm hast du genug holz für den ofen ja deswegen werde ich gerade holz anfangen abzubauen also noch ist holz drin scheinbar aber müssen wir langsam ein bisschen holz nachholen macht was steht denn da spielt hüpf stein brauchen jetzt schon langsam warme kleidung ja leute freue ich auch noch eine nähmaschine aber nicht vielleicht würde ja bier helfen leulert für okay dieses riesen symbol hätte ich nicht gedacht dass da bier ist das war eigentlich fast nur hierhin machen oder aber wir haben keinen ach quatsch schnee lasst sein überhaupt kein bier angebaut dass wir die nacht mal durchgehen freitag früh um sechs jahr sechs uhr morgens sechs uhr morgens ich habe den morgens dort den habe ich mir aber auch genommen also weiß genommen ich habe gesagt jungs ich mache das so jetzt kriegt weiß noch ihre abendmahlzeit hat dann natürlich alles voll gebrochen und renne jetzt nackt durch die gegend und nackte kinder brauchen was zum anziehen aber wir haben nichts weil wir haben nichts und wir können nichts machen wir müssen die forschung ändern vielleicht brauchen wir doch komplexe neuer tag hat angefangen wir werden jetzt speichern so lang also so ganz langsam wirklich kommt man da so ein bisschen wieder rein auch die arbeiten immer wieder um zu verteilen das habe ich eigentlich gar nicht so häufig gebraucht hat eigentlich so immer geklappt da ist doch mal schön dass ein bisschen was anders ist echt du kannst an dem standard arbeitsplatz kann man stammes klar ja das kann sein muss man mal nachgucken aber ansonsten ist es ja auch nicht so viel wir brauchen auch kleidung für den winter winter ist coming leute heißt das zumindest ich sehe ich sehe warte mal ach so streamplan habt ihr ja sowieso bekommen das heißt ihr wisst so oder so bescheid ihr könnt ja das ist cool dass er das gerade spielt da kann man so auch so ein bisschen einfach bei zugucken jetzt neue gäste okay twitch erkennt mir gerade neue funktion jetzt da bietet ihr die möglichkeit gäste in den stream zu holen und enthält sicherheits und moderations features mit denen du eine vorschau deiner gäste erhalten und sie bei bedarf ganz leicht entfernen und melden kannst okay gut weiter erinnern wird dann irgendwann nochmal angezeigt so ihr könnt euch schon mal darauf bereit machen dass peter morgen abend ja bei brain lag bei wlesk sein wird und wlesk spielt gerade bro tato das ist ein cooles spiel ich habe ich habe das jetzt auch nochmal gespielt und ähm ich danke vielmals fürs zuschauen fürs haben fürs fürs chatten auf jeden fall dass ihr da mitgemacht habt und ich hoffe wir sehen uns freitag wenn ich warte einfach später an wenn ihr sobald ihr wach seid ist ja nicht um 6 aufstehen schöne grüße an wlesk und spätestens bis freitag tschüss oh genau 420 diese zuge hier ja 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 ja